Gut. Jo, Recording in Progress, das klingt gut. So, das war jetzt ein ganz schönes Hackmack, weil irgendwie Facebook tot ist und WhatsApp auch und da müsste man so altmodisch telefonieren. Das Problem ist halt nur, dass ich gerade in einer Zoom-Konferenz bin mit Alex Feuerherd, den ich ganz herzlich begrüße, als meinen dritten Podcast-Gast beim Artis-Tanzer-Podcast. Genau, und Alex musste jetzt, weil ich bin, ich habe irgendwie so einen Zoom-Zugang über Facebook, aber Facebook ist den ganzen Tag, oder den halben Tag schon tot. Wie auch immer das passieren konnte. Und deswegen kann ich keine Zoom-Konferenz eröffnen und deswegen musste Alex das machen. Und ich kann natürlich, wenn ich nicht die Konferenz eröffne, kann ich auch kein Host sein, also auch nicht aufzeichnen. Also musste Alex jetzt mich zum Host sein. Ist eigentlich auch total langweilig und unspektakulär, aber ich dachte, das ist ein Einstieg, ohne dass man sagt, oh, mir fällt gar nichts ein. Genau, ja, das vorweg. So, hallo lieber Alex Feuerherd aus Köln, ich begrüße dich. Schönen guten Tag und schönen guten Abend aus Köln, genau. Ich glaube, man muss, zu dir muss ich gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, die Leute, die das hören, die diesen Podcast hören, den ich jetzt in der dritten Auflage jetzt mache, die kennen dich alle. Also ich wüsste jetzt nicht, wer dich nicht kennt. Jetzt, also Leute aus der, sagen wir, antideutschen oder ideologiekritischen oder coolen linken Bubble oder israelisodarischen Bubble oder so, ich glaube, die kennen dich alle. Allein schon, weil du auch schon in der Tagesschau aufgetreten bist und Bücher schreibst und auch sehr, sehr häufig angefragter Vortragsgast bist oder Referent bist. Ich glaube, dich muss man nicht vorstellen. Aber vielleicht machst du es trotzdem einmal ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, ob man das wusste. Was möchtest du denn wissen? Ich bin inzwischen 52 Jahre alt, fühle mich aber nicht so. Siehst auch nicht so aus. Dankeschön. Relativ wenig graue Haare noch. Das mag vielleicht irgendwie daran liegen. Ja, lebe in Köln, lebe und arbeite als freier, keine Ahnung, Publizist, Journalist, Autor. Habe ich irgendwie nie so klar festgelegt. Bin eigentlich ursprünglich gelernter Buchhändler. Habe lange im Verlagsbereich gearbeitet. Das mache ich auch immer noch so ein bisschen zwischendurch, so als Lektor und auch manchmal als Layouter. Das hat aber abgenommen und bin eigentlich seit 2014, 15 rum, ganz überwiegend eben mit dieser publizistischen Tätigkeit unterwegs. Auch in Sachen Vorträgen zu den politischen Themen, die du schon angesprochen hast. Israel, Antisemitismus, Nahe Osten vor allen Dingen. Und Fußball. Fußball ist mein zweites Standbein sozusagen. Da arbeite ich auch als Kolumnist für ntv.de beispielsweise. Bin als Schiedsrichterexperte für den Sender Sky tätig. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt über einen Podcast, interessanterweise. Den Podcast Kolinas Erben. Damals doch lange Zeit der einzige Schiedsrichter-Podcast. Den ich zusammen mit Klaas Rehse betreibe. Da kam uns die Idee mal im Herbst 2012. Da haben wir den angefangen. Regeln erklären, Entscheidungen erklären, so ein bisschen die Hintergründe und Untiefen der Schiedsrichterei erklären. Und das hat sich ganz gut entwickelt, weil es auf ein großes Interesse gestoßen ist tatsächlich. Und daraus ergaben sich dann auch publizistische Möglichkeiten. Möglichkeiten in der einen oder anderen Art und Weise. Für den Deutschlandfunk mache ich auch ab und zu was. Spiegel Online. Also durchaus auch mal ein größeres Medium dabei. Und bei den politischen Themen als Vortragender bin ich eigentlich gerne unterwegs bei deutsch-israelischen Gesellschaften, Asten, Universitäten, andere Organisationen, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, solche Organisationen halt. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal jetzt zusammengearbeitet. Da habe ich noch in Lübeck gewohnt. Also ich habe ja bis vor einer Woche noch in Lübeck gewohnt. Aber da vor zwei Jahren, wann war das? 2019, da haben wir, glaube ich, zweimal was mit dir gemacht noch in Lübeck, als das noch möglich war, dass man sich so getroffen hat und Veranstaltungen gemacht hat. Und da warst du in Lübeck und dieses Jahr haben wir auch was zusammen gemacht. Da war der Florian Marker noch dabei. Das war euer neuen Buch über die BDS-Bewegung. Genau, also wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und haben auch schon ein paar Mal ein paar Bier zusammengetrunken, immer nach Veranstaltungen und haben da auch ein bisschen gequatscht. Genau, und haben immer mal so regelmäßig Kontakt und machen bald auch wieder was. Das ist mehr oder weniger genehmigt, der 8. November. Also da wird Alex wieder eingeladen von einer Stiftung, für die ich viel arbeite. als Freiberufler und ich mache die Moderation und genau, 8. November. Man könnte sich alles schon mal vormerken. Da kennst du das Freiberuflertum ja auch. Ich kenne das, ja. Ich kenne das mit all seinen Vor- und Nachteilen, ja, genau. Deswegen ist ein zweites Standbein immer ganz gut. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, ganz frisch umgezogen und habe hier nur ein Standbein, wobei ich halt das Glück habe, dass ich für eine Stiftung arbeite, die es bundesweit gibt und ich für diverse Länderbüros arbeite und die zahlen auch ganz gut. Aber ich brauche hier auf jeden Fall vor Ort wieder ein zweites Standbein. Also ich kann ja auch noch viel über Zoom machen. Und deswegen kann ich auch in Leipzig weiter auch für das Hamburger Lokalbüro halt arbeiten. Zumindest Norddeutsche oder für die in Bayern oder in Niedersachsen. Aber mal gucken. Ich finde eigentlich bin ich, ich war immer lange so ein bisschen so, ja, so ein konservativer Mäkler, dass ich ihm gesagt habe, nee, Zoom und das ist alles scheiße und ich will das eigentlich gar nicht. Präsenz ist einfach viel schöner und ich mag das soziale Miteinander. Ich muss aber einfach aus monetärer Sicht sagen, doch hoffentlich besteht das noch möglichst lange, diese Zoom-Geschichten, weil das rettet mir gerade, das sichert mir gerade mein Überleben, weil ich wie gesagt in eine Stadt gezogen bin, wo ich als Freiberufler erstmal wieder bei Null anfangen oder quasi bei Null anfangen muss. Egal, das sind auch ein bisschen too much information aus meinem Privatleben. Genau, also es wird schon irgendwie laufen. Ja, genau. Aber wir beide arbeiten auf jeden Fall immer wieder zusammen. Das ist halt, dafür bin ich halt immer, das ist immer angenehm, wenn man so privates, also politisches Interesse, was man privat hat, mit der Arbeit verbinden kann und das kennst du ja auch. So, hat auf jeden Fall seine Vor- und seine Nachteile. Ich finde, das ist gar nicht ein schlechter Einstieg vielleicht, weil eigentlich ist ja die Verbindung von privatem Interesse und Arbeit ja oft auch eher, also ich finde, das kann auf jeden Fall echt krasse Nachteile haben, aber kann natürlich auch geil sein. Wie siehst du das? Du hast ja wahrscheinlich eigentlich deine Interessen, du bist irgendwie Schiedsrichter und du bist Fußballfan und du bist halt irgendwie, kommst aus der linken, anti-deutschen Szene irgendwie, bist da, keine Ahnung, seit wie vielen Jahrzehnten mittlerweile dabei und machst ja mit beiden halt, beides hast du irgendwie zum Beruf gemacht. Also eigentlich kann man sagen, du lebst da im Traum oder nervt dich das manchmal, dass du eigentlich das gar nicht trennen kannst zwischen Arbeit und Privat. Also du hast nicht deine 8 bis 17 Uhr im Büro, machst dann Feierabend und hast den Kopf dann frei und machst dann, was du willst, sondern du hast ja eigentlich immer, also du beschäftigst dich privat mit dem, was du beruflich machst. Das lässt sich tatsächlich überhaupt nicht voneinander trennen und das ist tatsächlich auch Fluch und Segen gleichermaßen. Ich habe 2007 beschlossen, da hatte ich nämlich bis dahin tatsächlich dieses Modell 9 to 5 im Büro, im Verlagsbüro damals und habe dann irgendwann überlegt, okay, willst du das wirklich dein restliches Leben machen oder möchtest du es nicht mal versuchen auf der freiberuflichen Ebene, wobei der Gedanke erstmal war, ich mache was eben im Verlagsbereich als Lektor, als Layouter, da war so ein bisschen die Idee, man gibt mir ein Manuskript und ich erledige sozusagen alles Weitere. Ich lektoriere das, ich mache das Layout, ich mache die Druckabwicklung. Das hat als Geschäftsmodell aber nur so leidlich gut funktioniert, aber es hat so halbwegs mich tragen können, mich finanzieren können. Das Schreiben und Vortragen war da auch schon dabei, hatte aber durchaus ein geringeres Ausmaß. Die Freiheit, die man dann hat, dann auch quasi keinen Chef und keine Chefin zu haben, erkauft man sich aber natürlich und natürlich vor allen Dingen, das ist ganz wichtig dabei, das ist gerade schon angesprochen, ich mache halt das tatsächlich oder ich lebe davon, was mir Spaß macht und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das möchte ich auch überhaupt nicht mehr eintauschen, auch wenn Freiberuflertum immer heißt, sich um alles Mögliche kümmern zu müssen, wo man sich sonst nicht kümmern muss. Das fängt natürlich bei der, ohne jetzt damit Details langweilen zu wollen, fängt bei der Krankenversicherung an und endet noch lange nicht bei der Steuer und solchen Späßchen natürlich. Aber ich möchte es nicht mehr auswechseln, gleichzeitig ist es tatsächlich so, wie du sagst, das ist nicht so, dass man irgendwann den Punkt erreicht hätte, abends und dann sagt, jetzt fahre ich den Computer runter und jetzt ist es mir irgendwie einerlei, was danach passiert, sondern das vermischt sich natürlich und selbst wenn ich irgendwie twittere, könnte ich gar nicht so genau sagen, ist das jetzt noch privat oder ist das schon beruflich. Das ist so klar, nicht voneinander zu trennen, eben weil sich das massiv überschneidet und weil da meine persönlichen und politischen Interessen mit den beruflichen einhergehen. Und das gibt schon Tage, wo ich manchmal denke, boah, so ein simpler Lohnarbeitsjob wäre doch irgendwie auch mal wieder ganz nett, dann könntest du das irgendwie stärker voneinander trennen. Das funktioniert so nicht und das ist oft total nett, dass es so ist und manchmal auch nicht. Und noch ein letzter Punkt dazu, wenn man zwei sehr unterschiedliche Themen hat, wie das Politische auf der einen Seite mit solchen Themen wie Israel und Antisemitismus und Nahe Osten und auf der anderen Seite Fußball, ist es manchmal gar nicht so einfach, vom einen zum anderen zu springen. Das schon erlebt, da passiert irgendwie weltpolitisch Bewegendes und ich muss irgendeine Fußballkolumne schreiben. Das fällt mir da nicht so leicht und umgekehrt bin ich vielleicht gerade mitten in so einem Fußball-Schiedsrichter-Thema irgendwie drin und habe keine Lust, mich mit Politik zu beschäftigen, aber es bietet auch eine gute Abwechslung voneinander. Insofern ist mir da schon ganz recht wichtig und bietet auf beiden Feldern sozusagen auch immer die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, sich da zu vernetzen, wie man so sagt und das gefällt mir insgesamt gut und weil es eben zum Glück auch trägt, bin ich damit eigentlich sehr zufrieden und jetzt gerade während der Pandemie war es tatsächlich auch gut, dass es diese Online-Vorträge gegeben hat. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich damit zu arrangieren. Ganz klar, weil ich es auch genau wie du gerne mag, irgendwo hinzufahren, mit den Leuten da zu kommunizieren, Bier zu trinken, zu diskutieren, was auch immer. Und dann sitzt man plötzlich vorm schwarzen Rechner und guckt irgendwie in die Kameras anderer Leute. Das ist auch nur begrenzt witzig, aber von irgendwas muss man auch leben und es war auf jeden Fall ein guter Ersatz. Also ich habe auf jeden Fall zum ersten Mal wirklich den Vorteil davon kennengelernt, als ich mal um 8 Uhr morgens eine Veranstaltung gemacht habe mit Ben Salomo, eine Schulveranstaltung irgendwo in Niedersachsen. Also natürlich haben wir das vorm heimischen Rechner gemacht, Ben in Berlin und ich in Lübeck da noch und ich musste um 8 Uhr anfangen und ich bin 7.59 Uhr aufgewacht und habe mir dann irgendwie in Panik eine Joggyhose angezogen, bin ins Wohnzimmer gerannt und dann den Laptop aufgeklappt und hat Zoom gestartet und ja, dann war ich halt 8.01 Uhr auf dem Arbeitsplatz und hatte dann sogar noch Zeit, mir in Ruhe einen Kaffee zu kochen und nochmal auf Toilette zu gehen und habe kurz überlegt, ob ich mir noch die Zähne putze, aber der fiel mir ein, brauchst du ja gar nicht, ist ja egal. Genau, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ach, so scheiße ist das eigentlich doch nicht. Ja, ich finde aber auch, ich gebe dir halt komplett recht, ich bin halt, ich war glaube ich einmal in meinem Leben in so einem Angestelltenverhältnis und das war für eine kurze Zeit eine Vertretungsstelle, wo ich mich da so mit Medienpädagogik befasst habe und danach habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Das ist mittlerweile auch neun Jahre her oder acht, acht, neun Jahre ist das jetzt her und die Intention war damals, vielleicht bin ich da auch so ein alter Anarchist oder so, dass ich auch gedacht habe, ich finde, also ich will einfach komplett mein Ding machen und möchte halt, also ich habe keine Leute, ich habe keine wenig Lust, Leute unter mir zu haben, die dann irgendwie noch Ansprüche stellen oder so und vielleicht müsste ich ja noch bezahlen oder sowas, das lieber nicht. Ich will aber auch, erst recht will ich halt keinen über mir haben und wenn das halt nicht funktioniert, was ich halt mache, ja gut, dann ist es halt meine eigene Schuld, dann muss ich halt an mir gucken, was ich da halt für falsch mache oder, keine Ahnung, ich arbeite ja auch viel mit Schülern und oder wenn die das halt nicht annehmen, ja dann, gut, dann haben, vielleicht haben sie auch Pech nicht dann, also vielleicht checken sie gar nicht, was für ein geiles Angebot sie bei mir kriegen, gut, aber auf jeden Fall, ja gut, ich kenne ja die Risiken, aber ich muss immer wieder auch sagen, nach fast zehn Jahren Selbstständigkeit muss ich sagen, die Vorteile überwiegen und mittlerweile läuft es ja auch finanziell ein bisschen besser als noch die ersten Jahre und genau, du bist ja auch mittlerweile, 2007 war das du, hast du dich selbstständig gemacht, das ist ja auch schon eine ganze Weile, ja. 2007 und das war tatsächlich zweimal mit einem Existenzgründungszuschuss des Arbeitsamtes, direkt am Anfang und das geht ja immer nur begrenzt lange und dann ist es aber nach zwei Jahren, da hatte ich zwischendurch mal in Teilzeit für den Verlag in Frankfurt gearbeitet, der so ein bisschen eine Grundsicherung ermöglichen sollte, also dieser Job, das auch tatsächlich getan hat, weil dann irgendwie klar war, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich so einen gewissen Grundstock und kann dann halt noch obendrauf verdienen sozusagen und als die zwei Jahre dann um waren in dem Verlag, habe ich den Existenzgründungszuschuss nochmal beantragt und da ging es dann im Prinzip erst richtig los und dann war dann um dann auch klar, jetzt gibt es halt keine staatlichen Hilfen mehr und seit 2000, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2011 bin ich quasi zuschussfrei und muss dann davon leben, was ich selbst erwirtschafte. Man muss sich immer im Klaren darüber sein, das ist halt prekär. Solange ich irgendwie im politischen Bereich vielleicht Publikationsmöglichkeiten habe, bei mir ist das neben Jungle World konkret, beispielsweise sind das halt Mena Watch und Audiatur Online in der Schweiz, das ist so ein bisschen das Pendant von Mena Watch, also im Grunde hochspezialisierte Webportale, solange die sagen, wir haben Interesse an deinen Texten, wir möchten, dass du regelmäßig was für uns machst, solange ich auch auf der Fußballseite die entsprechenden Tätigkeiten habe, wie gesagt, momentan läuft das alles ziemlich prima, die Tätigkeit für Sky, für NTV.de schon seit vielen Jahren, schon seit 2014 mit der Kolumne, auch noch für 1&1 nochmal eine leicht veränderte, abgespeckte Version dieser Schiedsrichterkolumne. Solange das nachgefragt wird und solange es auch Bedarf an Vorträgen beispielsweise gibt, ist das prima und dann ist es soweit wirklich auch in Ordnung. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, aber man muss sich immer auch im Klaren darüber sein, das muss nicht für die Ewigkeit sein. Vielleicht haben die Leute irgendwann keine Lust mehr auf einen oder kein Geld mehr, was auch immer, kein Bedarf. Also das ist auch ständig so, dass man sich im Klaren darüber sein muss. Da musst du schon auch nach wie vor Ausschau danach halten, was eben ist, wenn das mal nicht mehr ist. Ja, und ich stelle mir vor allem so, also gerade bei so, also ich glaube, bei Fußballthemen ist das ja sehr unverfänglich. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so, ich habe auch glaube ich noch nie deinen Fußball-Podcast gehört und lese auch keine Fußball-Kolumne von dir. Einfach nicht, weil ich dich nicht mag, Alex, sondern einfach, weil ich mit Fußball einfach überhaupt nichts anfangen kann. Das letzte Mal, als ich Fußball-Fan war, da war ich ein Kind, da war ich Borussia Dortmund-Fan in den 90er Jahren. Wahrscheinlich wie alle Zehnjährigen in den 90er Jahren, weil Dortmund da zweimal Folgemeister geworden ist. Wahrscheinlich waren da alle acht- bis zehnjährige Jungs waren mit BVB-Fans. Danach bin ich ab und zu mal zum VfB Lübeck-Spielen gegangen und später natürlich als Linker musste man natürlich auch immer zu Pauli-Spielen gehen, wobei ich nur zu den Krisenspielen gegangen bin gegen Ostvereine, weil es war klar, da knallt es halt jedes Mal. Ansonsten habe ich im Fußball eigentlich nie wieder danach was am Hut gehabt und ja, gucke auch nicht mal WM oder EM. Das war vollkommen legitim, muss man ja auch überhaupt nicht. Ja, genau. Aber ich finde es auch legitim. Auf jeden Fall freue ich mich immer, wenn ich sehe, dass du Bayern München-Fan bist, einfach weil alle Bayern hassen. Und bei mir, wo ich jetzt in Leipzig wohne, ist halt das Stadion von RB Leipzig direkt um die Ecke und alle hassen RB Leipzig. Ich glaube, RB Leipzig ist noch verhasster als der FC Bayern München. Und da habe ich einfach so ein Grundbedürfnis, ich mag die Vereine automatisch, einfach weil alle sie hassen. Und alle, weil sich da alle hinstellen und sagen, hier, against the modern Football, wo ich mich immer frage, welche Schalke 04 Ultras oder Bayer Leverkusen Ultras, keine Ahnung, ist, also was verkörpert euer Verein jetzt, was irgendwie jetzt, also gut, es ist halt kein Retortenverein wie RB, aber so what. Ist ja auch egal, anstatt, dass die Ossis mal froh sind, dass sie mal wieder ein ostdeutscher Verein Erstklassik spielt und guten Fußball spielt, wird halt rumgemeckert. Und ich glaube, die Fans von RB Leipzig sind, glaube ich, die friedlichsten und harmlosen, die es in der Bundesliga gibt. Ich wollte aber eigentlich auf was anderes genau total den Faden verloren. Achso, genau, genau. Also wie gesagt, ich glaube halt, dass diese Fußballgeschichten, die du machst, unverfänglicher sind. Und da wirst du, glaube ich, jetzt, die Chance, dass du da gecancelt wirst, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Bei politischen Themen, gerade bei den Themen der Ostkonflikt Israel und gerade wenn man, wenn jemand wie du auch eine ziemlich klare Haltung dazu hat. Und es ist auf jeden Fall schwieriger. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn wir, also die Stiftung, Vorträge mit dem Veranstaltungen haben, gibt es immer so beleidigte, wütende Mails von irgendeiner merkwürdigen Frau aus München. Ich glaube, die hat auch irgendwie, also ich glaube nicht, dass du ihr Problem bist. Ich glaube, die hat irgendwie, muss irgendwas anderes kompensieren. Und die schreibt jedes Mal die Stiftung wütend an, was du denn, ich weiß nicht, was sie da für Begriffe in den Mund nimmt. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du ein zionistisches Arschloch und weiß nicht, ob sie das so gesagt hat, aber auf jeden Fall mag sie dich nicht und warnt immer vor dir. Und das kann natürlich auch noch, du kannst bestimmt noch ganz viele andere Geschichten erzählen, vielleicht können wir das nachher nochmal machen, wo es noch weitaus wilder hergeht oder herging. Aber das Risiko ist ja auf jeden Fall immer da, dass man dann halt gecancelt wird, wenn man halt irgendwie zu Themen, die ja irgendwie als kontrovers gelten, eine klare Haltung oder klare Position halt bezieht. Also eine bekannte Familie, die Naida Pintool, ich weiß nicht, ob du die kennst, die macht auch Vorträge. Und die ist auch, also gilt ja auch irgendwie als umstritten, obwohl ich finde, die sagt und schreibt halt durchaus richtige und gute Dinge. Und die hat aber einfach keinen Bock darauf, dass halt sie irgendwie dieses Risiko eingehen muss, von Vorträgen zu leben zu müssen. Und dann, wenn die ja permanent gecancelt werden oder unmöglich gemacht werden, schon im Vorfeld, ja, dann ist halt deine Existenzgrundlage halt weg. Und deswegen hat die einen ganz normalen Job, wo sie ganz normal Geld verdient und sich das dann halt leisten kann, halt auch solche Vorträge zu machen. Und ja, also da sehe ich es halt auch so. Also wie ist denn da deine Erfahrungen mit, also wie gesagt, irgendwelche wütenden Mails von irgendwelchen verwirrten Frau aus München sind ja noch harmlos, aber du hast bestimmt auch, du machst das ja auch schon relativ lange mit den Vorträgen. Also wahrscheinlich auch noch aus Zeiten, wo du noch gar kein Geld damit verdient hast, sondern weil du da einfach irgendwie in der Gruppe warst und halt irgendwie Vorträge gehalten hast in 2000er oder so. Das würde mich mal interessieren, wie du da, wie so deine Erfahrungen da waren oder sind. Also das mit dem gecancelt werden war jetzt eigentlich dann doch zum meisten geringeres Problem, denn diejenigen, die mich einladen, wissen ja, warum sie das tun. Das kann dann natürlich passieren, dass es dann trotzdem einen Protest dagegen gibt. Du hast das ja gerade schon gesagt, dass es dann Leute gibt, wenn man jetzt von der Stiftung eingeladen wird, die dann sehen, da kommt einer, der vertritt aus deren Sicht dann strittige oder falsche Thesen, dass dann Leute sagen, das wollen wir nicht, dass der da ist. Das ist mir schon passiert. Dann passiert es natürlich regelmäßig, dass Leute zu den Veranstaltungen kommen und mehr oder weniger energischen Widerspruch leisten. Es gab natürlich auch schon Störmanöver, auch schon Turbulenzen in irgendwelchen Hörsälen beispielsweise. Sowas habe ich alles schon erlebt. Ich meine, ich bin Freiberufler, heißt bei mir auch, man kann mich nicht bei irgendeinem Arbeitgeber anschmerzen und nicht irgendwie sagen, wissen Sie eigentlich, was Ihr Mitarbeiter da in seiner Freizeit an politischen Dingen treibt? Das wäre ja Quatsch. Von daher habe ich an der Stelle nichts zu befürchten. Und auf den Fußballbereich wirkt sich das insofern nicht aus, als es halt schon in der Tat recht klar voneinander getrennt ist. Das ist auch klar. Ich bin da auch Spezialisiertmacher dieser Schiedsrichtergeschichten. Da wirkt das eine normalerweise nicht in das andere hinein oder interessiert dann irgendwie auch nicht. Manchmal gibt es Überschneidungen übrigens nur so am Rande. Wenn ich was zum Thema Fußball und Antisemitismus mache, dann habe ich habe quasi genau da die Berührungspunkte. Oder wenn es sowas gibt, wie jetzt kürzlich das Union Berlin, den Aqabi Haifa spielt, die israelische Mannschaft, da kommt es zu antisemitischen Anfeindungen im Stadion, dann berührt das im Prinzip beide Themenfelder von mir. Also ich beschäftige mich zwar in erster Linie mit den Schiedsrichtern, aber natürlich auch mit den politischen Hintergründen und Abgründen im Fußball. Das macht dazu auch Vorträge, wobei das schon wieder dann eher in die politische Richtung geht. Aber es gab auch schon Fälle, wo dann Veranstalter bzw. die jeweiligen Städten, wo das stattfinden sollte, mal war es eine Buchhandlung, mal war es eine Universität, die sind dann angeschrieben worden, so nach dem Motto, wisst ihr eigentlich, wen ihr euch da eingeladen habt bzw. wer da sprechen soll und das geht doch nicht und der ist, keine Ahnung, pro-israelisch oder sonst was oder Zionist, was auch immer. Aber es hielt sich eigentlich immer in Grenzen. Also ich kann damit umgehen, auch auf Veranstaltungen, wenn ich weiß, ich bin in irgendeiner Stadt, wo es gerade Kontroversen gibt, wo es zum Beispiel eine starke anti-israelische Szene gibt, dass ich kann damit leben und weiß auch, was da passieren kann, wenn die Leute kommen. Ich bin es gewohnt im Netz auch, also auch bei der Schiedsrichterthematik ist das, auch wenn das ein völlig anderes Feld ist, ja so, da lernt man auch mit Anfeindungen umzugehen, übrigens auch schon als Schiedsrichter auf dem Platz und muss das irgendwie moderieren und damit fertig werden. Das betrifft eigentlich alle Themenfelder und damit findet man schon einen Umgang. Also es ist bis jetzt nicht so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nervlich auch so davon belastet, dass ich was völlig anderes mir suchen muss. Soweit ist es zum Glück noch nicht gekommen. Aber ich habe da auch ein relativ dickes Feld, muss ich sagen. Ja, braucht man auch. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ich bin sehr leidenschaftlich so im Diskutieren, wenn mir Themen gegen den Strich gehen und wenn ich halt merke, dass so mein Gegenüber einfach Müll redet und sich auch durch Fakten und historische belegbare Tatsachen einfach nicht beirren lässt. Und ich kann mir vorstellen, ich habe das ja selber als Moderator von Veranstaltungen auch schon ein paar Mal miterleben müssen. Ich glaube sogar auch mit dir mal, wo wir mal auch so eine, in Nübeck auch so eine wahnsinnige im Publikum hatten, die dann auch noch sich, glaube ich, als Mitarbeiterin von irgendeiner staatlichen Institution, ich weiß nicht mehr, was es war, herausgestellt hat oder ehemalige Mitarbeiterin. Auf jeden Fall war das halt nicht irgendeine publische NGO, sondern es war halt wirklich eine staatliche Institution, für die sie wo gearbeitet hat. Und die hat also entgegen, also wo man ja gedacht hat, wo war die jetzt eigentlich die ganze Stunde, die du referiert hast? Also irgendwie solche Leute kommen halt nur dahin, irgendwie um ihre eigene Sicht der Dinge zu erzählen. Und da fiel es mir auch wirklich schwer, da dann irgendwie nicht emotional zu werden. Also ja, also ich... Ja gut, man hat als Referent natürlich immer eine exponierte Position. Das bedeutet, und da gehen auch unterschiedliche Referenten und Referentin auch sehr unterschiedlich mit um natürlich, was ist, wenn aus dem Publikum wirklich massive Angriffe kommen. Ich rede jetzt nicht von körperlichen Übergriffen, das lassen wir mal beiseite, sondern wirklich auf eine Art und Weise, dass man sagt, das ist jetzt eigentlich schon ein Überschreiten der Schwelle des Sagbaren. Wie verfahre ich jetzt eigentlich damit? Das entscheide ich auch relativ situativ. Mal ist es tatsächlich so, und das ist eigentlich am häufigsten der Fall, es sind ja noch andere Leute im Publikum. Und man kann immer auch im Widerspruch gegen noch die absurdesten Positionen vielleicht Leute von irgendwas überzeugen und sei es nur, dass das, was das Gegenüber da gerade sagt, völliger Unfug ist. Also bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren, vergleichsweise sachlich zu widersprechen. Also ich versuche da natürlich schon in der Sache und inhaltlich deutlich und präzise zu bleiben und auch klar und auch mal scharf, aber in der Form der Vermittlung durchaus da ruhig zu bleiben. Das entspricht meinem Naturell, glaube ich, auch tatsächlich am ehesten. Ich kann schon auch emotional werden, mich ärgern Dinge auch, aber ich habe da, glaube ich, schon das relativ gut unter Kontrolle. Weiß halt auch als Referent, sollte man sich da schon zusammenreißen, selbst wenn es irgendwie mal schwerfällt. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo man sagt, Entschuldigung, darauf kann und will ich jetzt nichts antworten. Das halte ich für buchstäblich indiskutabel. Möchte ich jetzt auch nicht durch eine ausführliche Antwort dem Ganzen sozusagen den Rang des Sagbaren und Diskutablen verleihen. Und deswegen bleibe ich die Antwort an der Stelle schuldig. Das ist natürlich auch schon passiert. Ich habe schon erlebt bei Veranstaltungen, dass die Hälfte des Publikums vollkommen aufgebracht war, weil vielleicht in der Stadt gerade irgendwelche Auseinandersetzungen tobten und das dann gar nicht so einfach war. Aber dann hat man immer Leute, die auch sagen, gut, wir sind jetzt dem Referenten dankbar, dass er hier Position bezieht. Das hilft und nützt uns auch an der Stelle. Es gibt immer auch im Publikum oder zumindest meistens Leute, die unsicher sind, die vielleicht auf einer Positionsrufe sind. Ich glaube, die erreicht man eher nicht damit, wenn man jetzt selber anfängt rumzubrüllen. Wobei ich eine gute Polemik sehr schätze und sehr gerne lese, bin aber nicht unbedingt derjenige, der sie auch verfassen kann oder auch vortragen kann. Nichts gegen Klartext, aber bin da in der Regel schon eher zurückhaltend, was das betrifft. Aber kann es natürlich auch vollkommen verstehen. Und natürlich ist es auch so, wenn mich was ärgert, dass ich dann manchmal wirklich auch den Ärger und die Wut unterdrücken muss in der jeweiligen Situation. Das ist auch klar. Also wo würdest du sagen, da ist so, also bis hier, also da ist jetzt die Grenze erreicht. Also bei mir war das mal so, bei einem Vortrag, den ich moderiert hatte, das war aber was, was nichts mit der Stiftung zu tun hatte, also wo ich auch ein bisschen anders auftreten konnte. Wo mal eine Frau im Publikum gesagt hat, man müsste ja mal diskutieren, ob der Iran dann überhaupt ein islamisches Land wäre. Also das ging schon die ganze Zeit um so eine Islamrelativierung und das ist alles gar nicht der wahre Islam. Also man kennt dieses ganze Quatsch ja. Und dann ging das irgendwann wirklich dann, also auch meine These, dass im Iran irgendwie Schwule an Baukrähen aufgehängt werden und wie Frauen dort wegen Ehebruch irgendwie übel zu Strafen erwarten und Demonstranten, naja, man muss es nicht weiter erläutern, was im Iran irgendwie alles abgeht. Da kam halt dann die These, man müsste ja mal überhaupt diskutieren, ob der Iran überhaupt ein islamisches, also nach ihrer Sicht, aus der Sicht des Korans oder des Propheten überhaupt ein islamisches Land wäre. Also da hat aber zum Glück auch der halbe Saal angefangen zu lachen. Das muss man gar nicht mal kommentieren, weil zum Glück ja auch für jeden war es halt völlig klar, eine derart absurde Aussage, das ist, also was ist der nächste Step dann, den Holocaust zu leugnen oder so. Also wo würdest du sagen, wo ist für dich auch so die Grenze erreicht? Da ist einfach Schluss der 6, sagst du einfach, okay, dann lebe halt mit deiner Wahrheit, lebe halt in deiner Blase so und dann tschüss so. Da ist einfach alles verloren. Die Grenze verläuft bei mir zum einen ganz sicher dort, wo unbestreitbare historische Tatsachen schlicht geleugnet werden. Ich hatte mal vor vielen Jahren in Darmstadt den Fall oder die Situation, dass mir jemand erzählte, dass es keine fünf beziehungsweise sechs arabischen Staaten waren, die Israel einen Tag nach seiner Gründung 1948 angegriffen haben. Der hat schlicht bestritten und geleugnet, dass es diesen Angriff gab. Er hat gesagt, die gab es nicht. Was will man zu solchen Leuten noch sagen? Das ist nicht mehr zu diskutieren und also den kommt dann, bringen sie mir Beweise, konnte ihm auch sagen, wo es steht und wenn er dann natürlich die Quellen nicht akzeptiert, dann kann man da nicht mehr viel machen. Ich habe es auch schon erlebt gehabt, als ich mal einen Vortrag gehalten habe über das Thema Israel, die Palästinenser und das Wasser, also über die Wasserproblematik im Nahen Osten. Zu dem Thema habe ich relativ viel recherchiert und konnte da durchaus auch natürlich mit, oder das muss man ja bei dem Thema natürlich auch tun, mit viel Empirie aufwarten. Hatte auch die Quellen extra dabei, für den Fall, dass nachgefragt wird. Und wenn man dann mit Leuten zu tun hat, die ihre eigenen Befindlichkeiten über solche Tatsachen stellen, die dann sagen, sie seien schon so oft in den palästinensischen Gebieten gewesen, hätten dort also sehr deutlich gesehen, dass die Palästinenser natürlich am Rande des Verdurstens seien und das könnte jetzt überhaupt nicht stimmen, was ich hier sage. Wegen Israel, das ist klar. Also selbst wenn es so wäre, hat das auf jeden Fall nichts mit irgendeiner völligen Inkompetenz der eigenen Führer zu tun, sondern das liegt natürlich, man kennt es halt. Ja, das dann auch, aber dann, das ging bis hin zu dem Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist dann eine Stelle gewesen, wo ich tatsächlich mal lauter geworden bin, denn das ist natürlich eine Unverschämtheit und damit ist aber auch jeder Diskussion natürlich die Grundlage entzogen. Die Leute sagen, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, kommen Sie mir nicht mit Empirie, dann ist die Diskussion an dieser Stelle natürlich beendet, da kann man nichts machen. Also da verlaufen für mich die Grenze offene Holocaust-Leugnung, hatte ich jetzt offen gestanden, doch nicht, aber schon Leugnung beispielsweise der Tatsache, dass es natürlich sowas wie einen arabisch-islamischen Antisemitismus gibt, eine Verharmlosung von Terrororganisationen wie der Hamas, solche Dinge sind schon vorgekommen. Also gerade so der große Bereich des israelbezogenen Antisemitismus, da kommt schon relativ viel und da kann ich gar nicht so genau sagen, wo ich jetzt die Grenze ziehen würde, dahingehend, dass ich antworten würde, da ist für mich jetzt die Diskussion beendet. Also meistens versuche ich es dann auf der Ebene einerseits der Tatsachen, muss aber immer auch klar sagen, die Leute sozusagen vor Augen führen, worauf ihre vermeintliche oder tatsächliche Argumentation, die sie da vorbringen, eigentlich hinausläuft. Man sagt, wenn wir jetzt hier aber die Tatsachen doch klar auf dem Tisch liegen haben, dann geht man ja sozusagen über in die ideologiekritische Perspektive und sagt dann, dann muss man sich ja die Frage stellen, wenn das geleugnet wird, wenn das bestritten wird, wenn also, um ein Beispiel zu nennen, wenn es sich klar widerlegen lässt, dass die Israelis die Palästinenser an den Rand des Verdurstens bringen. Wenn man klar nachweisen kann, das ist so nicht, aber diese Behauptung aufrechterhalten wird, dann muss man ja sagen, warum behaupten sie das denn, wenn das Gegenteil evident ist, dann hat das natürlich einen ideologischen Hintergrund. Da sind wir natürlich beim Antisemitismus angelangt und da sage ich natürlich auch, sie mögen subjektiv kein Antisemit oder keine Antisemitin sein. Ich erinnere auch an die Frau bei der Veranstaltung in Lübeck, von der du gesprochen hast, aber ihre Argumentation ist definitiv antisemitisch. Wenn sie das nicht möchten, sollten sie darüber nachdenken, wie sie an den Punkt überhaupt gekommen sind. Möchten sie jetzt nicht persönlich angreifen, kann ihnen aber die Konsequenzen ihrer Argumentation klar vor Augen führen und vielleicht gibt es im Publikum dann auch welche, die sagen, gut, das hat mich jetzt überzeugt, dann war sogar der Angriff doch was wert. Insofern, das ist subjektiv, das kann auch verschieden sein, das kann von der Stimmung im Publikum abhängen, von der Zusammensetzung des Publikums, vom Verlauf der ganzen Diskussion, von meiner Tagesform, von ganz vielen Dingen. Das lässt sich nicht immer so ganz klar abgrenzen und bestimmen. Ich finde es aber immer so geil, wenn du das halt sagst mit diesem, wir waren ja da und wir haben es ja gesehen und genau und diese, also das ist ja eh alles gefälschte Statistik. Das sind nämlich immer so Aussagen von Norbert Blüm oder so. Der war, glaube ich, immer ganz weit vorne mit dabei. Der ist ja auch vor einigen Zeit gestorben, der Herr Blüm. Aber Herr Blüm war ja immer jemand, der sehr deutlich gemacht hat, dass er hat das halt so gesehen. Er hat so gesehen, dass die Krankenwagen mit schwerst oder halbtoten Palästinensern wurden nicht durchgelassen an den israelischen Checkpoints aus purer Schikane und aus purem anti-arabischem Rassismus. Und so ist halt. Und so, ja genau. Also es ist, das ist, ich weiß nicht, ob das Norbert Blüm diese Schule so geprägt hat. Keine Ahnung. Es ist halt auch wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe mal von Tuvia Ten Boom dieses Allein-unter-Juden-Buch gelesen. Das ist sehr gut. Das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist meiner Meinung nach 100 Seiten zu lang, aber es ist ein super Buch, wenn man mal so ein bisschen Einblick haben will in diese ganze NGO-Unwesen, was sich so in Israel und in den palästinensischen Autonomiegebieten rumtreibt, was ganz massiv aus Deutschland gerade kommt und ganz massiv von EU-Geldern finanziert wird. Genau. Und das deckt Herr Ten Boom, Günter Wallrauf-mäßig auf. Das ist wirklich sehr, ja es ist irgendwie auch unterhaltsam, aber es ist eigentlich auch total übel und zum Kotzen, was er da halt beschreibt. Und vor allem halt irgendwie diese europäischen, ja ich kann es nicht, also diese Gutmenschen, die halt aber einfach eine ganz klare ideologische Agenda haben und auch teilweise ja auch Sachen da inszeniert werden, die dann halt genau so für die Kameras ja so inszeniert werden, dass es halt exakt so aussieht, wie es ein Norbert Blüm dann halt schildert, so aus seiner persönlichen Sicht. Da können wir mal ganz grundsätzlich werden. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über das Thema Israel und Antisemitismus gesprochen. Das ist ja eigentlich eines deiner Themen, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigst. Du hetzt Vorträge zu den Themen, also du hast da verschiedene Themen zu dem übergeordneten Thema Israel, Antisemitismus, Antizionismus. Du schreibst Bücher dazu, aber wie, du kommst ja ursprünglich aus der Linken und ich nehme mal an, dass du ja wahrscheinlich auch im Zuge von 9-11 da auch so einen Turn hingelegt hast oder ging das schon früher los? Du bist ja auch, du bist Anfang 50, hast du am Anfang gesagt. Das heißt, wann fing das, wann gab es die linke Sozialisation und wann kam so das erhellende Moment, dass da einige Dinge ein bisschen schwierig sind? Also ohne da jetzt ganz weit ausholen zu wollen, meine politische Sozialisation hat, ich könnte jetzt mal so als Ursprungspunkt vielleicht den Zivildienst nennen, Ende der 80er Jahre, sogar noch zu einer Zeit, als es die DDR noch gab. Also das ist sicherlich irgendwo prägend gewesen. Ich wollte nicht zur Bundeswehr, habe verweigert, bin dann später an die Uni gekommen. Da bahnte sich gerade der Golfkrieg an, der dann 1991 auch stattfinden sollte. Da bin ich auf die Straße gegangen, habe damals schwierige Battles mit meinem Vater ausgetragen, der gesagt hat, ihr geht für Saddam Hussein auf die Straße. Mein Vater, guter Mann, guter Mann, wirklich. Nehmt seit 2090 mehr und wir haben schon auch an vielen anderen Stellen, ja später ist er dann wirklich zum Anti-Amerikaner geworden, im höheren Alter, da war man dann wieder auf unterschiedlichen Seiten, aber das habe ich nicht so gesehen und ich hatte in der Schule einen Israel-Austausch, das war Ende der 80er Jahre und mein Vater sagte, ist dir schon klar, dass deine Freunde in Israel jetzt mit der Gasmaske im Keller sitzen, weil die Giftgasangriffe von Saddam Hussein drohen und ich habe ihm gesagt, ja das weiß ich und ich gehe natürlich nicht für Saddam auf die Straße, ich glaube bloß nicht, dass der Krieg die Lösung ist und woher kommt das Giftgas aus Deutschland? Also so ungefähr musst du dir die Debatten vorstellen, aber das wird jetzt zu lang, wenn ich das anders schildere. Es ist dann weitergegangen über die Angriffe auf die Flüchtlingsheime Anfang der 90er Jahre, also da stehen ja symbolisch solche oder stellvertretend solche, nicht symbolisch, sondern stellvertretend solche Städtenamen wie Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen und so weiter dafür, das hat mich extrem betroffen. Damals hat mich, also ich bin damals dann auch irgendwann tatsächlich, wir haben Anfang der 90er, ich glaube 93 war es, an der Uni eine völlig neue Gruppe mal gegründet, mit lauter Leuten, die Lust hatten, Politik zu machen, was antifaschistisches zu machen, gerade auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung mit den Angriffen auf die Flüchtlingsheime und erschnarkenden Neonazismus, sind dann irgendwann geschlossen als Gruppe in die damalige Bonner Antifa eingetreten und da war ich in den 90er Jahren schon sehr aktiv. Zum einen, wie es ein Antifa halt so macht, Kampf gegen Neonazis, zum anderen aber schon auch Beschäftigung mit politischer Theorie, mit dem Marxismus beispielsweise, Kapitalismuskritik, alles was dazu gehört. Palästina, Solidaritätsarbeit habe ich tatsächlich nie gemacht, aber ich habe mich lange Zeit, ehrlich gesagt, auch gar nicht so sehr daran gestoßen. Irgendwie gehörte das so dazu. Ich habe mich erst mal nur gewundert und es hat mich irritiert, mit welcher Werf in dieser Linken ausgerechnet über Israel hergezogen wird und meine persönlichen Erfahrungen über den Schüleraustausch waren ja nun mal auch völlig andere, aber es hat mich eben lange Zeit nur irritiert, aber es hat noch nicht dazu geführt, dass ich, sagen wir mal, Verdacht geschöpft hätte, dass da irgendwo auch ein antisemitischer Antrieb dabei sein könnte. Das ist dann tatsächlich im Laufe der 90er Jahre schon ziemlich anders geworden. Zum einen war ich tatsächlich auch mehr oder weniger bei Hamas Leser der ersten Stunde. Zum anderen hat sich dann eigentlich schon, weil du 9-11 erwähnt hast, schon ein bisschen vorher was getan, nämlich mit Beginn der zweiten Intifada und den entsprechenden Solidaritätsbekundungen auch in Deutschland. Da ist mir schon mehr als nur beginnenden in der Linken Auseinandersetzung auch um solche Sachen. Da ist mir schon irgendwo klar geworden, hier stimmt was ganz grundsätzlich nicht. Da kann ich überhaupt nicht, da kann ich das, was in der Linken irgendwie selbstverständlich war, das kann ich überhaupt nicht mehr mittragen. Sicherlich auch nochmal geschärft von konkret, von der Zeitschrift konkret, die ja schon beim Golfkrieg Anfang der 90er Jahre eine klare Position für Israel bezogen haben. Damals ein brutaler Tabubuch in der Linken, das muss man natürlich ganz klar sagen. Das habe ich ja auch schon alles mitbekommen, das habe ich schon alles gelesen, das war mir in gewisser Weise auch schon vertraut, aber zweite Intifada mit ihren ganzen Selbstmordattentaten, das hat dann schon endgültig auch so diesen Turn, diese Zuwendung um Richtung antideutsche Strukturen gebracht. Und dazu kam noch die Beschäftigung mit der Geschichte der historischen KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschlands. Wir waren ein Autoren-Crew von fünf Leuten, die versucht hat, diese Geschichte der KPD lesbar aufzubereiten, für Leute gerade in der Linken, die sich dafür interessieren. Und das Kapitel über die KPD und den Antisemitismus haben wir am längsten und am intensivsten diskutiert und auch am kontroversesten diskutiert. Und da ist mir schon klar geworden, gewisse ideologische Verfehlungen, die es heute in der Linken gibt, gehen eigentlich schon zurück bis auf die KPD und wahrscheinlich auch noch weiter zurück mit einem regressiven Antikapitalismus, mit einer Personalisierung des Abstrakten. Solche Dinge sind dann klarer geworden. Und diese Spaltung, die es in der Linken gegeben hat, dann auch irgendwann in Bonn, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung. Bonn ist ja dann doch ein bisschen kleiner und muss sich gewisse Räume teilen. Da war ich schon auch daran beteiligt. Da hat es mir einmal den kompletten Freundeskreis eigentlich umgekrempelt. Viele Freunde oder vermeintliche Freunde verloren, andere dafür gewonnen. Und das ist so ganz, ganz grob skizziert, war das so die Entwicklung. Also wie gesagt, 9-11 kam dann noch sozusagen on top. Und dann noch ein letztes dazu. Mit meiner damaligen Gruppe, die sich Rote Laterne nannte, wir sind dann irgendwann, ach so genau, das ist schon auch nicht unwichtig. Wir sind irgendwann dann auch, Antifa war damals ziemlich groß und war in Basisgruppen unterteilt. Und die Gruppe, in der ich war, war eine dieser sogenannten Basisgruppen. Wir sind dann über die Beschäftigung auch mit dem linken Antisemitismus, der für allerlei Kontroversen in der Gesamtorganisation auch gesorgt hat. Darüber sind wir dann irgendwann mal als Gruppe geschlossen ausgetreten, weil uns der Wille, sich damit zu beschäftigen, eben nicht nur mit dem Rechten, sondern auch mit dem linken Antisemitismus, weil uns dieser Wille komplett gefehlt haben. Im Gegenteil, es gab massiven Widerstand dagegen, haben dann unser eigenes Ding gemacht, wie man das so macht, als kleine politische Gruppe halt. Wir haben Demonstrationen organisiert in Bonn, vor allen Dingen zum 9. November immer. Jahrestag der Reichsbogromnacht. Aber das war noch in den 90ern jetzt, ne? Da reden wir jetzt noch von Ende der 90er, genau. Und dann die Demo zum 9. November 2001, also wenige Wochen nach 9-11. Da haben wir eine Rede gehalten, habe ich für meine damalige Gruppe eine Rede gehalten, in der ich die, der wird es auch Gruppenposition, die Anschläge von 9-11 als antisemitische Anschläge bezeichnet. Die habe ich als antisemitische Anschläge bezeichnet. Mit der Folge, dass ungefähr die Hälfte der Kundgebungsteilnehmer und Teilnehmerinnen nach Hause gegangen sind. Die wollten das nicht hören. Die wollten das nicht hören, die fanden das auch eine Unverfrorenheit, also so einen Tag sozusagen. Es hat massivsten Streit darüber gegeben. Das war vorher fast schon mehr als irritierend, weil an 9-11 ich in dieses linke Gemeinschaftsbüro gegangen bin an dem Abend selbst und da teilweise feiernde Leute gesehen habe. Das hat mich nachhaltig verstört. Ich möchte fast schon sagen traumatisiert. Und dann der 9. November in dem Jahr, wo die Hälfte der Kundgebungsteilnehmer geht, nachdem wir da gesagt haben, das ist auch ein antisemitischer Anschlag, ein sehr wesentlicher antisemitischer Anschlag gewesen, habe mich dann so ein paar Dinge doch ganz grundsätzlich in Frage stellen lassen und mich dann auch wirklich tatsächlich in der Gruppe, die sich sicherlich immer noch als irgendwo links verstanden hat, organisieren lassen, die aber dann solche Themen dann ganz grundsätzlich angegangen sind. Ja, ist ja irgendwie, also das ist ja auch, also das wäre auch so ein Punkt, das ist so, das würde mich auch so fassungslos zurücklassen, weil das ist doch so offensichtlich. Also es ist so offensichtlich. Wie kann man so die Realität so verleugnen, bloß um sein eigenes Weltbild irgendwie zu retten? Das ist ja auch nichts Neues. Das setzt sich auch bis heute fort. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar, ich glaube, das war sogar Philipp Amthor am Bundestag oder so, der am 27. Januar, also am Auschwitz-Gedenktag irgendwie gesagt hat, dass er die größte Bedrohung für hier lebende Juden momentan halt von Islamisten ausgeht. Also ich glaube, er hat nicht mal Muslime gesagt, er hat sogar Islamisten gesagt. Und da haben die natürlich, glaubst du, einen riesen Aufschrei von den üblichen Horschis aus Linkspartei, SPD, jetzt Grüne, die gesagt haben, ja, also wie kann man denn sowas sagen? Ausgerechnet am Auschwitz-Gedenktag und außerdem waren das ja Deutsche. Ja, das hat doch auch niemand geleugnet. Das hat doch niemand geleugnet, wenn man halt am Auschwitz-Gedenktag genauso wie am 9. November halt darauf hinweist, wo halt heutzutage die größte antisemitische Bedrohung für Juden weltweit herkommt, nämlich primär nicht von Rechtsextremisten, sondern von Islamisten und ihren linken Verbündeten. Das ist doch einfach eine absolute Binsenweisheit. Warum? Also das ist ja einfach nur, ja, irgendwie um halt so ein gewisses Weltbild halt zu retten. Und ich frage mich, wie brüchig muss das eigentlich noch werden, dass das mal irgendwie mal, dass es wirklich mal einen breiten Konsens gibt. Ach, ich will jetzt gar nicht mit dem Thema Islam wieder anfangen. Heute vor allem, ja, wir nehmen hier Podcast ja am 4. Oktober auf. Veröffentlicht wird ja hoffentlich am 5. oder 6. Aber am 4. Oktober letzten Jahres wurde der Thomas Lips ermordet. Das war ein Anfang 50-Jähriger aus, ich glaube, Krefeld. Der wurde mit seinem Partner, also ein homosexuelles Paar, wurde in Dresden erstochen von einem Islamisten, von einem IS-Sympathisanten, der jetzt verurteilt wurde vor einiger Zeit. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, er war nicht mit dem Herzen dabei. Deswegen hat er den anderen nicht auch noch ermordet. Und ich habe keinen einzigen, keine einzige öffentliche Beileidserkundung gesehen, keine Kundgebung. Nichts, gar nichts. Ich glaube, es gab auf queer.de dieses LGBT-Forum, da gab es irgendwie ein Artikel darüber. Ansonsten war es das. Ja, genau. Aber ich, das war jetzt nur so ganz kurz, das macht mich traurig. Und das ist ja auch genauso wie 9-11. Man darf, man kann im Gottes Himmels Willen bloß nicht abkommen von der damals ja wahrscheinlich auch in der Linken vorherrschenden Lüge, dass halt 9-11, dass das ja eigentlich die Anschläge der Verdammten der Erde waren. Und ohne die Politik der USA, ohne die Arroganz der Imperialisten wäre das gar nicht passiert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich 2001, als 9-11 passiert ist, war ich ein 13-jähriger kleiner Punker mit schlecht blondierten Haaren und Ärzte-T-Shirt und Chucks irgendwie ohne Schnürsäcke. Und meine beste Freundin damals, die war mit 16 und die war schon in der Lübecker Antifa. Und die hat mir erzählt, Bin Laden hätte das nur gemacht, weil die USA ja vorher in die Länder einmarschiert sind. Wo sind die denn in Saudi-Arabien einmarschiert? Also das wusste ich damals nicht, das habe ich im Nachhinein gedacht, hä? Also diese Lüge, dieser Quatsch wurde halt auch, ja genau, also musste halt damals irgendwie unbedingt aufrechterhalten werden, damit man irgendwie sich um Gottes Himmels Willen bloß nicht mit einer anderen sehr destruktiven Kraft beschäftigen muss, die mittlerweile immens gefährlich ist. Ja, ich glaube, man muss an der Stelle vielleicht doch noch ein, zwei Sätze, man muss halt bestimmte Widersprüche und bestimmte Tatsachen einfach auch aushalten können. Also es ist schon, natürlich ist es klar, wenn man über das Thema Islamismus spricht und über den Antisemitismus, der darin aufgehoben ist und der ein sehr wesentlicher Bestandteil ist, du hast es gerade schon gesagt, also das jüdische Leben ist weltweit derzeit sicherlich wesentlich stärker von Islamisten bedroht als von Rechtsextremisten. Das ist halt eine Tatsache, das bringt halt auch nicht so viel, das wegzuleugnen, da muss man sich die Gedanken darüber machen, okay, wie geht man damit um? Was macht man damit? Und dann ist für mich nicht die allererste Frage, was machen eigentlich die Rechten mit dieser Tatsache? Die muss man sich schon irgendwo auch stellen. Es ist halt immer so, dass man bei vielen Dingen, die man tut, auch zwischen allen Stühlen irgendwo sitzt. Wenn ich bestimmte Dinge mache, dann begebe ich mich auch mit Leuten aus der Linken in ein Bündnis vielleicht oder auf die Straße oder wohin auch immer. Ich sage, sonst trennt uns mittlerweile aber wirklich sehr, sehr vieles, insbesondere was das Thema Israel betrifft. Und wenn ich den politischen Islam kritisiere, wenn ich das ideologiekritisch tue, wenn ich es analysiere, dann kann es natürlich sein, dass es Leute auf der Rechten gibt, die versuchen daraus irgendwie Kapital zu schlagen, die sich da irgendwie ranwanzen. Ich glaube, man kann in der Klarheit der Argumentation immer sehr, sehr deutlich machen, dass man auf deren Seite nicht steht, dass man sie ablehnt und was auch immer. Aber das geht nicht, indem man simple Tatsachen, simple Fakten leugnet. Und das geschieht auch der eigenen Befindlichkeit willen tatsächlich viel zu häufig. So war das an 9-11 letzten Endes irgendwo auch schon. Und ich glaube, diese Tatsache muss man einfach ins Auge sehen. Und es gibt leider, muss ich sagen, auch wenn jetzt vor ein paar Monaten durch Sascha Lobe und Kevin Kühn hat ja auch nochmal so eine Islamdebatte in der Linken sozusagen angestoßen werden sollte, die aber, glaube ich, auch so dann wie so ein bisschen veräppt ist. Es gibt, glaube ich, einfach keine wirklich nennenswerten und relevanten großen Kräfte, die sagen, wir wollen eine universalistische Position annehmen. Also in solchen Zeitschriften wie der Jungle World ist das ganz sicherlich der Fall. Aber das ist dann doch insgesamt eher marginal, muss man glaube ich sagen. Es gibt keine wirklich relevante linke Kraft, die sich das auch zu eigen macht und im Sinne der Emanzipation auch dagegen aufbegehrt und sagt natürlich gegen jeden Antisemitismus, auch gegen den islamischen oder islamistischen Antisemitismus. Es gibt die Aktion Dritte Welt Saba, bei der ich auch ein bisschen mitarbeite, die das auch schon alles ältere, erfahrenere Genossinnen und Genossen, die das sehr, sehr vernünftig angehen, das Thema und da auch Klartext sprechen, einfach auch sagen, das muss man schon auch aushalten. Das ist einfach, das ist anti-emanzipatorisch, das verstößt gegen alles, was ein Leben irgendwie lebenswert machen kann. Das ist zutiefst antisemitisch und das müssen wir auch im Sinne einer aufgeklärten, universalistischen Kritik, das müssen wir auch so benennen. Aber stattdessen findet man sich dauernd in irgendwelchen Kämpfen wieder, wo dann solche Kritik, so eine Kritik als rechts geframed wird. Das nützt ja nur den Rechten, das kommt ja nur von den Rechten, man gehört selbst dazu. Also wie oft ich schon irgendwelche wirklich absurden Rassismusvorwürfe gelesen habe, ich sei Palästinenser hasser beispielsweise. Also das sind solche Sachen, daran könnte ich verzweifeln oder dass die Kritik der BDS-Bewegung irgendwie rechts ist. Sie wolle ja die Palästinenser sozusagen entwaffnen. Ja, solche Sachen. Und deswegen müsste man ein Palästinenser-Hasser sein, der so dächte, das ist schon wirklich ungeheuerlich, dass eine nachweislich aufgeklärte Kritik, die man sich dazu eigen macht und die man auch äußert, da ein Framing bekommt als rechts. Den Leuten fällt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Besseres ein, als sowas dann zu behaupten, um einen da sozusagen ins gesellschaftliche Abseits zu stellen. Ja, wobei ich da auch, also ja, du hast einerseits die Knallhärten, du Junge, äh Mist, mein Sohn ist wach geworden. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich muss den einmal kurz mal wieder zum Schlafen bringen. Lass mal die Aufnahme ruhig laufen, ich schneide das nachher aus. Du bist wieder eingeschlafen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen leiser sprechen, sonst, vielleicht habe ich den gerade wach gebrüllt. Ich muss hier, keine Ahnung, ich glaube, es hält sich noch an Grenzen. Vielleicht muss ich drei, vier Minuten mal rausschneiden. Egal. Genau, wir können direkt anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Ich finde das nämlich jetzt schon wieder total bezeichnend, wie das abläuft mit dieser Solidaritätskampagne für diese Nemi El Hassan. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel erläutern. Jeder weiß, glaube ich, um was es da geht, um diese WDR-Moderatoren, die da ja als kleine Jugendsünde mal zur Al-Kurzdämon gegangen ist, aber dort niemand angegriffen hat. Immerhin toll. Aber Israel bis heute nicht mag und noch im Mai auf Twitter oder Instagram etwas fragwürdig geäußert hat, so euphemistisch gesagt. Ich fand es aber wieder total bezeichnend, dass halt da irgendwie bis zu 400, ich glaube, es waren fast 400 sogenannte Kulturschaffende, also im Endeffekt eigentlich Deppen, die irgendwie von Staatsgeldern leben und die man eigentlich, also ich weiß nicht, so Leute mit so ausgedachten Berufen wie Diversity-Trainer oder sowas oder keine Ahnung, Poeten, sich halt mit dieser Frau solidarisiert haben. Und ich dachte, das ist, also what the fuck. Und natürlich, natürlich kommt halt dann wieder drin vor, dass, also die momentane Hetzkampagne von der bösen Springerpresse hat ja, und von rechten Kreisen, das darf natürlich das Passwort rechts und rassistisch darf natürlich nicht finden, das hätte natürlich einen Beigeschmack, weil das ist ja eigentlich ganz, also eigentlich ist es ganz klar rassistisch und islamfeindlich motiviert. Ich denke, also wie doll kann man sich die Realität verdrehen? Ich hatte so ein polemischen, so ein kurz polemisches Posting auf der Facebook-Seite, der Artis Tanz auf Facebook-Seite abgelassen, wo ich mich gefragt habe, ob denn Josef Goebbels, Armin Al-Husseyn und Michael Kühnen das vielleicht auch unterschrieben hätten, einfach weil es halt passen würde, um die, damit könnte man die Riege der Islamversteher und Islamisten der Pisa ja eigentlich noch komplettieren, wenn auch richtige Nazis und richtige Nazifreunde da auch unterschrieben hätten. Ja, also ich fand das ein absolut bezeichnendes Schauspiel dafür. Das sind auch dieselben, die natürlich dazu geschwiegen haben, als ziemlich zeitnah ein 60-jähriger Jude ins Krankenhaus geprügelt wurde in Hamburg und dort wahrscheinlich sein Augenlicht verliert von einem 16-Jährigen. Ich glaube Syrer, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, bei dem ist ja auch noch rausgekommen, dass er in einem Holocaust-Film eine kleine Nebenrolle spielt und in diesem Film genau das gemacht hat, was er dann, also das gespielt hat, was er dann ein paar Wochen später in Hamburg wirklich gemacht hat, nämlich halt einen Juden krankenhausreif geprügelt. Ja, absolut bezeichnend. Ja, aber das zeigt es ganz gut an, wie solche gesellschaftlichen Diskussionen zu solchen Themen dann laufen. Ich meine, das Problem ist in dem konkreten Fall überhaupt nicht, finde ich zumindest nicht, dass es die Bild-Zeitung irgendwie öffentlich gemacht hat, sondern das Problem ist eher, dass es andere nicht tun. Genau. Also das gehört dazu, wenn ich gerade gesagt habe, es gibt so eine, sagen wir mal auch nur linksliberale Szene, die eine Kritik des politischen Islam als politische Ideologie betreibt, gibt es eben nicht so wirklich in relevanter Größenordnung. Und dann fällt das dann eben beispielsweise den Springer-Medien zu. Und selbst wenn es dann irgendwelche rechten YouTuber gegeben hat, die das Ganze für sich ausgeschlachtet haben, muss man ja trotzdem sagen, dass was sie da rausgefunden haben, ist ja trotzdem ein Problem. Da kann man ja nicht so tun, als ob das alles völlig egal wäre. Also ich habe mich dann in dem Text auch gefragt, was täte man oder wie sähe man das in solchen linken Kreisen, wenn es da eben jemanden gäbe, der aus einer knallrechten Szene, aus einer ultrarechten Szene ausgestiegen ist und jetzt also beim WDR vielleicht anheuert und auch sagt, ja, ich bedauere das, das kommt dann ans Tageslicht irgendwann mal, sagt, ich bedauere das natürlich, ich habe aber damit nichts mehr zu tun. So gleichzeitig merkt man aber so die Statements, die er sonst noch so in dem politischen Bereich trifft, die deuten jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass er sich so völlig davon verabschiedet hat. Da würde man ja auch sagen, ja, natürlich an so einen Ausstieg sind nochmal ganz andere Bedingungen geknüpft und man hätte großes Misstrauen, wenn man da sähe, was diese Person da sonst noch so äußern würde, wenn das jetzt nicht völlig in eine völlig andere Richtung geht. Und so ist es, warum ist es in dem Fall von einer Person, von einer Frau, die sich in wirklich stramm islamistischen Kreisen bewegt hat, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, warum ist das nicht anders, warum legt man da nicht genau die gleichen Maßstäbe an und fragt mal, wie sieht das Ganze denn eben heute aus? Und das Problem war natürlich dabei ganz einfach auch. Sie hat schon glaubwürdig vermitteln können, dass sie mit so einer Szene Al-Quds-Tag und Islamisches Zentrum Hamburg mit solchen Leuten nichts mehr zu tun hat. Sie hat den Hijab abgelegt, aber dann kommen eben diese Postings ans Tageslicht, von denen du gerade gesprochen hast und die machen halt sehr deutlich, naja, aber das, was sie da im Spiegel-Interview gesagt hat, sie hasse den Staat Israel nicht, sie wolle ihn auch nicht abschaffen, sie sei für eine, sie will keine Politikwissenschaftlerin, aber zwei Staaten lösen oder einstaaten, jedenfalls da soll es irgendwie schönen Frieden für alle geben, wirkte dann doch eher sehr auswendig gelernt und wirkte dann auch eher so, als ob sie unter allen Umständen vermeiden wollte, da irgendwie jobtechnische Nachteile zu bekommen. Und da ist dann eben klar geworden, sie hat sich noch zeitnah zu der ganzen Diskussion durch irgendwelche Postings oder durch irgendwelche Likes, die sehr merkwürdig waren, dann so ganz dann doch nicht aus einer Szene entfernt, in der Israel-Hass auf jeden Fall zum guten Ton gehört. Nur ist sie damit sozusagen dann per Solidarität in der Szene gelandet, bei der das in dieser vermeintlich aufgeklärten Art und Weise natürlich auch zum guten Ton gehört. Diese 400, die da unterschrieben haben, wenn man mal guckt, wer da so dabei war. BDS-Aktivisten, also Leute, die auch publizistische Israel-Hasser, das ist ja auch schon erwähnt, so das ist dann das Solidaritätsmilieu dafür. Und die es natürlich nicht ausgelassen haben zu sagen, die Frau ist Opfer einer rassistischen Kampagne. Da hat es auch rassistische Angriffe gegeben, keine Frage. Aber das macht das ja nicht ungeschämt und nicht weniger problematisch, was die Frau von sich gegeben hat. Ja, also ich glaube, diese Liste ist ja wie durchsetzt, entweder von Ideologen oder von einfach Vollidioten. Also so gut meinen Deppen. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, dass das so eine unheilvolle Melange ist zwischen Ideologen, die ganz knallharte, ideologisch motivierte Propaganda betreiben und ganz genau wissen, was sie da tun. Und dann werden sie halt total unterstützt und supportet halt von Leuten, die halt glauben, sie tun damit halt das Richtige. Und das sind diese wieder gut gewordenen Deutschen, wie Eike Geisel es ja schon in den 90ern beschrieben hat. Also Leute, die halt, also die völlig beknackte und völlig falsche Lehren aus dem Holocaust und aus dem Nationalsozialismus halt ziehen. Und die gibt es ja auch, glaube ich, so in der Form gibt es die vor allem in Deutschland. Das ist so vor allem, glaube ich, ein deutsches Phänomen. Also diese, so natürlich vom Menschenschlag her gibt es die natürlich auch überall. Die gibt es ja auch in den USA ganz doll. Oder in England, wie ist es ja auch, wie schickt den BDS zu unterstützen wegen der Kolonialvergangenheit, was auch immer das eine mit dem anderen zu tun hat. Oder in den USA werden ja die Lehren aus der Sklaverei, die sind ja auch völlig irre mittlerweile. Das hat ja ganz, 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 ganz furchtbare Ausmaße angenommen, dieser Antirassismus. Und in Deutschland ist das halt eben dann, ja, wird es halt immer irgendwie auf den Nationalsozialismus bezogen. Und dann guck mal hier, was wir jetzt für, ne, um das zu wieder, um das zu verhindern, was sich damals ereignet hat, müssen wir heute den Anfängen wehren. Und in deren Weltsicht sind halt Muslime halt irgendwie neue Juden. Ich weiß eigentlich, ich glaube, Ahmad Mansur oder Hamid Abdas haben halt gesagt, nee, also Juden sind halt die neuen Juden und werden es auch immer sein. Und niemand anderes. Weder irgendwelche Impfgegner noch irgendwelche, keine Ahnung, noch irgendwelche Moslems sind halt irgendwie neue Juden. Also das ist ja so eine Binsen, das ist auch wieder so eine Binsenweisheit. Und da denke ich mir mal, wie blöd ist dieses Land, also wie blöd ist diese Gesellschaft eigentlich geworden? Also ich glaube, es ist nicht mal die Gesellschaft an sich, sondern es ist halt die tonangebende, dominierende Elite, die halt tatsächlich tonangebend ist in der Presse. Da möchte ich die Springerpresse jetzt tatsächlich komplett ausnehmen. Ich finde mittlerweile, das hätte ich auch nie gedacht, als 14, 15-Jähriger Punker war natürlich das Feindbild Springerpresse. Also es war ja völlig Common Sense. Ich muss mittlerweile eine Lanze für die Springerpresse brechen. Ich lese die Welt und mittlerweile auch fast schon die Bild lieber als die, lieber als der Taz und Frankfurter Rundschau und teilweise auch lieber als die FATZ mittlerweile. Aber das ist so. Ich muss ja auch immer sagen, was Springer betrifft, wenn die Leute mich dann auch bei Veranstaltungen gerne mal fragen, das seien ja dann diejenigen, die sich pro-israelisch äußerten, wie ich denn darüber dächte, dann sage ich zunächst mal, und wenn man die Bildzeit sonst nicht mag, jetzt stelle man sich nur mal vor, die wäre auch noch antisemitisch. Bei den vielen Leserinnen und Lesern, die die hat, wie sähe das Land denn eigentlich dann aus? Und natürlich bringt sie Dinge zur Sprache, wo man einfach sagt, was ist ja gut, wenn es sonst niemand tut, dann ist das halt das Problem, aber nicht das die Bildzeitung oder das die Welt, wer auch immer aus dem Verlag, was das Ganze eben tut. Und auf der anderen Seite, du hast das angesprochen, haben wir es jetzt mit einem linken bis linksliberalen Milieu zu tun. Und was jetzt die WDR-Moderatorin erwähnt, die Frage des Einflusses ist übrigens auch immer ganz interessant, denn letzten Endes ist es ja so gelaufen, der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks ist ja derjenige gewesen und da sitzen Leute drin, da sitzen Landtagsabgeordnete drin, Leute von Kirchen, Parteien, Gewerkschaften drin, die gesagt haben, nein, das geht nicht, wir können diese Frauen nicht beschäftigen, auch nicht hinter der Kamera, wie der WDR-Intendant Tom Buhrer das vorgeschlagen hat. Das sagt der Rundfunkrat des WDR, den aufgegangen ist, nein, das überschreitet einfach eine Grenze. Also da, zunächst mal waren, glaube ich, relativ viele Leute davon überrascht, weil sie vielleicht auch gedacht haben, naja, der WDR als sogenannter Rundfunk, die kann es sein, dass der so darauf reagiert, wir hätten uns da Solidarität erwartet. Aber es fragt sich immer so ein bisschen, wie groß ist der gesellschaftliche Einfluss der Leute denn wirklich und wird dann nicht auch durch eine gewisse publizistische Macht auch überzeichnet? Wenn wir jetzt mal zurückdenken, wir hatten jetzt die Debatte um Demil Hassan, wir hatten davor ja schon auch die Diskussion, also das ist das gleiche, nein, das ist dasselbe sogar, dasselbe Milieu, das dann auch gerne mal als Unterschriftenkartell auftritt. Das sind dieselben Leute, die vorher schon zu diesen Kulturschaffenden gehört haben, die da als Initiative GG53 Weltoffenheit plus Unterstützer, die dann im Nachgang noch kamen, gehören und die gesagt haben, diese BDS-Resolution des Bundestages, also die Anti-BDS-Resolution des Bundestages, die muss weg, die schränkt uns ganz stark ein, die bedroht die Vielfalt, die bedroht das Miteinander, das Anderssein, das gibt jetzt Selbstzensur, da werden Leute unter Pauschalverdacht gestellt, die Unterstützer-Szene hat sogar was von Racial Profiling durch die Hintertür geschrieben, also Leute würden wegen ihrer Herkunft schon verdächtigt Antisemiten sein, solche Sachen, also dazu gehören sie, sie gehören natürlich auch zu dieser ganzen Blase, die darüber diskutiert, so diese, was man so jetzt allgemein so als Historikerstreit 2.0, was da so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist, also wie ist es mit, die ganzen aus dieser postkolonialen Szene sozusagen, da schon in der Diskussion letztes Jahr 2020 um Achillen Bembe, die lange und breite Diskussion und die findet ja auch in großen Medien statt, das muss man ja ganz deutlich sagen, die sind ja nicht irgendwie marginalisiert, klagen aber ganz doll darüber, wie sehr sie da beschnitten würden, wie gemein alle zu ihnen seien, wie rassistisch das alles sei, da, also das ist schon... Das ist ein klassischer Fall von Projektionen, das kannst du auch einfach ganz wohlgehr psychoanalytisch einfach betrachten, das ist ja das, was halt man selber halt ist, was man auf die anderen projiziert, wie, also auch dieser ganze, dieser Irrglaube von so Leuten, die sich halt pro-palästinensisch und anti-israelisch äußern, dass dieser Irrglaube, dass diese Leute irgendwie unterdrückt werden in ihrer Meinungsäußerung, also wo, wo denn? Und dann sucht man sich natürlich, also das ist ja auch, klar, das ist natürlich, dann kann man natürlich sagen, dieser BDS-Beschluss des Bundestags, den ich sowieso, also den ich natürlich prinzipiell erstmal gut finde, aber der natürlich eher auch eigentlich total verwässert ist und sowieso fragwürdig, ob das alles denn so auch wirklich so in der Praxis stattfindet, aber da könnte man natürlich sagen, das ist so Wasser auf die Mühen dieser Leute, dann können sie sich endlich mal wieder bestätigt fühlen, guck mal hier, wir werden doch hier vom Staat zensiert, aber wo? Also das ist so, guck dir einfach irgendeine, also Mai war das ja wieder ganz, ganz schlimm, es war wirklich, wirklich übel und guck dir einfach die Kommentarspalte einer x-beliebigen deutschsprachigen Tageszeitung halt an, auch da wieder Springerpresse ein bisschen außen vor, die haben noch ein bisschen vernünftigere Leser, die jetzt nicht nur aus, also das ist aber das gefühlt so, wenn ich mir die Kommentarspalten bei so Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Taz, Zeit und so durchgelesen habe, da hatte ich das Gefühl, deren Leser bestehen nur aus Israel-Hassern, also das war unfassbar und das war von durch die Bank weg, gab es eher Rechte waren, eher Linke bis hin zu irgendwie Politaktivisten, Linksliberale, Moslems, auch Christen, irgendwelche Kirchen-Heinis oder so, durch die Bank weg, eigentlich anti-israelisch, also wo ist das irgendein Problem? Also das ist wieder auch klassischer Fall von Projektionen und Spiegelung, ne? Ja, definitiv ist es das und natürlich auch ein merkwürdiges Paralleluniversum, in dem nicht der Antisemitismus ein Problem ist, sondern der sogenannte Antisemitismus-Vorwurf. Interessant auch deswegen, weil von diesem Unterschriftenkartell oder nennen wir mal jetzt so diese Initiative GG53-Weltoffenheit, die haben sich ja ganz demonstrativ dann auch in die Richtung geäußert, wir lehnen ja auch den Boykott Israels ab, wir wollen aber auch keinen Boykott der Boykotteure und wir sind natürlich auch ganz schwer gegen Antisemitismus eingenommen. Übrigens auch eine Blase, eines habe ich noch vergessen, diese Jerusalem Declaration on Antisemitism, also quasi der Versuch, eine Antisemitismus-Definition aufzustellen, die einen Bogen um das Thema Israel-Kritik macht, um sich da selbst reinwaschen zu können. Wir haben da mal was Wissenschaftliches vorbereitet, das möge jetzt bitte diese Definition der International Holocaust Remembrance Alliance ablösen und quasi ersetzen. Das ist ja alles viel seriöser, dann können wir uns nämlich darauf berufen und dann haben wir uns damit quasi selber den Persilschein ausgestellt. Also sie sagen, wir sind ja auch natürlich gegen Antisemitismus, man hört aber eigentlich nie was von denen. Wenn es so ist, was den Fall dieses 60-jährigen Mannes, auf den es da den Angriff in Hamburg gegeben hat, den hast du schon erwähnt, da kommt tatsächlich nie was in dieser Richtung, wirklich nie. Es geht immer nur darum, dass irgendwelche Israel-Freunde oder die Antisemitismus kritisieren, angeblich irgendwelche rechten, bösen Rassisten sind und weit darüber hinaus geht es ehrlich gesagt noch nicht. Und dass die sozusagen dann in der Springer-Presse ihre publizistische Hausmacht hätten. Also schon auch stark simplifizierend, projizierend und das Ganze aber natürlich auch, wie gesagt, mit einer gewissen publizistischen Autorität ausgestattet, du hast die Medien schon erwähnt, wobei man schon, wie ich finde, fairerweise dazusagen muss, dass insbesondere die Taz schon immer auch den Gegnern und Gegnerinnen dieser Sichtweise Raum gibt. Also da finde ich, glaube ich, die meisten vernünftigen Texte, die es irgendwie aus diesem großen linken Bereich irgendwie gibt, zu solchen Debatten, das war auch beim BEMBA beispielsweise schon so und zum Thema BDS auch. Ja gut, okay, das stimmt. Naja, es ist ja auch nicht jetzt, also es ist mir ja klar, dass das hier auch, also ich habe sogar mal, wie ich lese sogar selten, es kommt sehr selten vor, aber ich lese auch mal einen guten Artikel in der SZ. Das ist jetzt ja nicht der Fall. Also zum Thema Israel eher weniger, aber dann mal zu anderen Themen oder so. Der Sportteil. Der Sportteil. Der Sportteil ist gut. Okay. Ich habe da vor einiger Zeit im Sommer oder so einen guten Artikel zu den Protesten im Iran gelesen, die aufgrund dieser Dürreperiode sich da entzündet haben. Das war wirklich der beste Artikel, der beste deutschsprachige Artikel, den ich dazu finden konnte. Also auch in dem Fall kann man auch mal eine Lanze für die SZ brechen, wenn sie mal einen guten Artikel schreiben. Und natürlich auch genauso für die Taz und für die Zeit und für die FR. Genauso wie ich auch mal vielleicht auch mal in der jungen Freiheit wahrscheinlich mal einen guten Artikel finden werde. Oder, nein, in der jungen Welt glaube ich nicht. Also da glaube ich, gibt es wirklich keine guten Artikel. Ist ja auch egal. Ich hatte mir auch lange immer die Frage gestellt, es muss ja nicht mal dieses Unterschriftenkartell sein, die du gerade erwähnt hattest, die dann irgendwie auch in Achim und Bembe verteidigen, obwohl sie seine Texte weder gelesen noch verstanden haben. Es kann ja einfach auch so ganz normale linke oder linksliberal gesinnte Menschen sein. Also so ein gutes Beispiel ist so mein alter Chef. Ich habe jahrelang in einer Kneipe gearbeitet, also auch als Freiberufler in einer Kneipe gearbeitet, aber natürlich war das mein Kneipenbesitzer. Und das ist so ein ausgewiesener Linker. Also so ein, ich weiß nicht, so ein grüner Wutbürger, so ein links-grün-sozialdemokratischer Wutbürger, der ein ganz großer Facebook-Aktivist ist und sonst natürlich politisch gar nichts macht. Aber das war so bezeichnend. Ich muss den auch irgendwann blocken, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Ich glaube, ich werde mal irgendwann einen Podcast machen, wo ich nur seine dümmsten Postings mal vorlese. Da gibt es einige. Aber bezeichnen wir es zum Beispiel auch letztes Jahr, zu dieser islamistischen Terroranschlagswelle mit dem Thomas Lips in Dresden, dann Samuel Paty, die Morde in Nizza, die Morde in Wien. Da hat er gar nichts, also drei Wochen lang überhaupt nichts dazu geschrieben. Obwohl das ja wirklich, das war, also gerade der Mord an Samuel Paty, das hat ja wirklich mal Wellen geschlagen, ausnahmsweise mal. Da kam nichts und da kam ja Gott sei Dank irgendwann im November diese Jana aus Kasse, diese doofe 20-, 22-jährige Studentin, die sich auf irgendeiner Querdenker Haini-Demo da hinstellt und sich mit Sophie Scholl vergleicht, wo ich mir dachte, meine Güte, wie irrelevant ist die Frau bitte? Die hat doch sowieso, also die hat sich ihr Leben gerade komplett versaut, erstmal für die nächsten Jahre. Und da musste ich sogar Heiko Maas dazu einschalten, was zu twittern. Und natürlich musste auch mein alter Chef dazu auch was schreiben, während man dann sonst immer schön brav die Fresse halt behält, wenn es halt irgendwie um Themen geht, wo man wirklich was riskieren könnte. Und genauso war es natürlich auch dieses Jahr wieder, bis Mitte Mai immer schön irgendwie über, was weiß ich, über das Tempolimit und über die doofen CDUler, die den Klimawandel nicht ernst genug nehmen, herziehen. Und da kommt halt irgendwie die militärische Auseinandersetzung zwischen den IDF und der Hamas. Und es folgten die schlimmsten antisemitischen Massenaufmärsche seit Jahren. Und da kommt nichts, gar nichts. Also nicht mal ein Facebook-Post oder so. Nicht mal irgendwie dieses vielgeteilte Video vor der Synagoge in Gelsenkirchen, wo es ja wirklich eindeutiger geht es ja gar nicht mehr. Also wie kann man, wieso? Ich habe mich lange gefragt, wie ist dieser psychologische Mechanismus bei solchen Leuten? Wie kann man halt sich über alles Mögliche aufregen und alles, wo es eh einen gesellschaftlichen Common Sense gibt, ob sei es das MeToo oder sei es jetzt irgendwie wie doof die AfD ist und wie schlimm der angebliche Rechtsruck ist, den es eh nicht gibt. Aber da ist man so, oder irgendwie wie doof die Querdenker sind und wie wichtig das Impfen ist und alles Mögliche, wo es sowieso einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass das alles richtig und gut ist. Aber halt bei solchen Themen, wo die Hütte wirklich brennt, da hält man einfach konsequent die Fresse. Und da habe ich mich immer gefragt, wie geht das? Ich glaube mittlerweile ist es einfach, es ist halt Gratismut. Es fühlt sich halt gut an, auf der Seite, auf der richtigen Seite zu stehen, obwohl man sich selber noch dabei einredet, dass man ja ein Rebell ist und dass man ja ein Antagonist ist und nonkonformistisch ist, weil man ja irgendwie so links und Punk ist irgendwie. Weil, das hatte ich schon mit der Sarah Ruckheim und dem Michael Fischer, also das, was mal Punk war, also die, ich weiß nicht, also ich fühle mich immer noch als Punk, ich glaube die Ärzte sind es halt nicht mehr streng genommen oder ZSK und keine Ahnung, irgendwelche anderen Horschies, Egotronic oder so, die auch nur das wiedergeben, was irgendwie die Bundesregierung von sich gibt. Aber ja, aber das ist irgendwie das Geheimnis dieser Leute, zu glauben, dass man immer noch irgendwie rebellisch sei, weil links ist halt immer automatisch rebellisch, ohne zu merken, dass das einfach mittlerweile Staatsräson ist und deswegen hält man halt bei wirklich harten, kontroversen Themen die Fresse und mischt halt immer mit, wenn es halt darum geht, so Fishing for Compliments zu betreiben. Noch das hundertste Posting gegen die AfD, das hundertste Posting gegen den Klimawandel, das hundertste Posting gegen die Springerpresse. Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. Die Leute wollen sich einfach gut fühlen dabei. Gut fühlen, das ist die eigene Komfortzone, die Social Media, also die sozialen Netzwerke verstärken das Ganze natürlich, auch weil man da unmittelbar die Möglichkeit hat, das mitzuteilen und natürlich sich da auch die entsprechenden Blasen, die entsprechenden Bubbles eingerichtet hat, die dann auch mit den entsprechenden Likes und Retweets oder was auch immer da passiert, dann dafür sorgen, dass das Ganze nochmal bestätigt wird. Ich glaube, diese Form von Bestätigung ist da natürlich sehr wichtig. Man will auf gar keinen Fall dahin gehen, wo es wehtut, weil man auch selber weiß, wenn man selber schon, das kommt natürlich dann dazu, also zu diesem Bubble-Verhalten gehört ja dann auch, sich zu formieren gegen das Böse Außen und gegen die Abweichler, die da irgendwie Kritik äußern. Und man ist natürlich immer gerne Teil des Shitstorms auf der Seite, der die Masse bildet und auf gar keinen Fall natürlich so gerne auf der Seite derjenigen, die den Shitstorm abbekommen. Und das möchte man auf gar keinen Fall. Also zu den Guten eben gehören, da die entsprechende Bestätigung erfahren und sonst eben nichts, möglichst vielleicht auch noch in dem anonymen Rahmen zu bleiben, wo dann vorkommt, da heißt, man kann da eigentlich jetzt auch außerhalb dann in der realen Welt nicht so richtig viel passieren und man geht dann halt eben nicht so gerne da hin, wo es wehtut, wo man sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holt. Und dabei sollte man natürlich einfach, du hast ja jetzt schon auch die ganzen Fälle genannt, um die es geht, sich Gedanken darüber machen, woher kommt es und was passiert da eigentlich? Du hast jetzt gesagt, im Mai, also beim Elftagekrieg sozusagen zwischen der IDF und der Hamas, gab es wieder diese recht großen Demonstrationen. Gut, das war auch noch in der Pandemie, deswegen ist es noch besonders aufgefallen, aber du hast gesagt, das waren die größten antisemitischen Aufmerksche seit vielen Jahren. Also 2014, ne? Genau, seit 2014 natürlich, seit 2014 und davor 2008, 2009. Wenn man sich da mal die Mühe macht zu schauen, wer hat denn diese Kundgebung und Demonstrationen, 8, 9, 14 oder jetzt, wer hat die denn bestimmt? Dann kommt man schon auf, das sind halt, das sind halt nicht in erster Linie, noch nicht mal in erster Linie Linke, sondern das ist, natürlich gibt es da ein großes islamistisches Milieu, das das prägt. Das war 2014 auch so, diese ganzen Kindermörder, Israel-Rufe beispielsweise, das wird in der Linken vielleicht auch gedacht, aber das wird nicht unbedingt gerufen und sie geht vielleicht noch nicht mal unbedingt dahin. Und das zur Kenntnis zu dem zu sagen, okay, ich glaube, da existiert wirklich ein großes Problem. Das passiert halt einfach nicht. Stattdessen wird natürlich, also im Grunde sagt man sich ja, naja gut, in der Form ist es vielleicht ein bisschen drüber, aber irgendwo inhaltlich sind wir ja nicht so ganz weit davon entfernt. Das erinnere ich mich noch an die Kommentare auch in den linken und linksliberalen Medien, gerade 2014, da hat Heribert Brandt schon sehr klar gemacht, ja, das, was da auf den Straßen gerade passiert, das ist schon vielfach antisemitisch und das geht zu weit und diese Leute wollen, ganz normaler Bestandteil der deutschen Gesellschaft, ich hätte ja gesagt, naja, dass sie dazugehören, das beweisen sie ja gerade, durch das, was sie da tun. Es geht ein bisschen gröber zu als in deutschen Redaktionsstuben, aber im Kern ist man jetzt nicht weit davon entfernt. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, weil ich das so wahnsinnig prägnant fand. Der Klassiker war wirklich 2014 diese Kindermörder-Israel-Rufe auf den Straßen. Und da gab es in der Süddeutschen Zeitung war dann irgendeinem Tag im Sommer 2014 während dieses Krieges ein Titelbild, da war über, eine Titelseite, da war über drei oder vier Spalten ein Foto abgebildet. Das zeigte so eine Trümmerwüste in Gaza, du hast ganz viel Geröll gesehen, kaputte Häuser, aber es war menschenleer und im Vordergrund stand ein umgekippter Holzstuhl. Das ist natürlich ein starkes Bild, du guckst da drauf und das macht natürlich unmittelbar was mit dir. Und im Grunde genommen war die Kernaussage Behindertenmörder-Israel. Das war dann quasi die intellektuelle Variante des Kindermörders Israel. Israel bringt nicht nur kleine Kinder um, sondern auch noch Behinderte und andere Schwache in dieser Gesellschaft. So sieht das Ganze dann eben aus und Pantl schreibt dann eben, ja, okay, das geht jetzt zu weit von dem, was sie da rufen, das geht nicht, aber man muss trotzdem noch die Siedlungen kritisieren und den Krieg kritisieren und was weiß ich nicht, was Israel noch alles falsch gemacht hat oder falsch gemacht haben soll, was man da irgendwie kritisiert. Da merkt man dann schon, das ist dann schon auch natürlich so eine Melange, die da zusammengekommen ist und wo sie dann auf der Straße die sehr radikale Avantgarde im Prinzip passt und die Masse, da rümpft sicherlich auch ein Herr Robert Pantl seine Nase, aber im Kern sieht es dann in diesen Redaktionsstuben gar nicht mal so furchtbar anders aus und das ist natürlich auch so, dieses, das ist vorhin schon angesprochen, dieses wieder gut geworden in Deutschland, wie es Eike Geisel schon genannt hat und ist natürlich die die sogenannte Israel-Kritik. Letzten Endes läuft es alles darauf hinaus, man beschäftigt sich mit den toten Juden und traut über die toten Juden, wie am 9. November oder am 27. Januar und verschafft sich damit sozusagen die Ermächtigung, um desto härter mit den lebenden oder überlebenden Juden ins Gericht gehen zu können, die Israel in Wort und Tat verteidigen. Das ist letztlich das, worum es geht. Dafür diente diese ganze Übung und das ist auch im Grunde leicht durchschaubar und spiegelt sich auch in dieser ganzen Geisteshaltung von diesen Unterschriftenkartellen und was dergleichen mehr ist. In dieser linken und linksliberalen publizistischen Speerspitze spiegelt sich das Ganze wieder. Ja, es ist ein bisschen Wiedermann und Brandstifter. Also wahrscheinlich so wie das, was Anfang der 90er Jahre halt zu Zeiten von brennenden Flüchtlingsheimen und dem applaudierenden Mob davor in Rostock-Lichtenhagen oder so, ist eigentlich so ein bisschen das, wo man ja vielleicht nur Anfang der 90er Jahre wirklich noch von einer Art Rechtsruck sprechen konnte. Der Mob irgendwie versammelt sich auf der Straße, schmeißt Brandsätze, die braven Bürger daneben stehen daneben und klatschen mit ihren vollgepissten Jogginghosen und ihrer Bierdose in der Hand und die CDU, CSU-Ellenminister verurteilen das natürlich, weil das muss man pflichtgemäß machen, aber eigentlich prinzipiell waren es schon eher auch die Mosambikaner und Vietnamesen, die selber schuld daran waren oder die, was weiß ich, die Jugoslawen, die Serben oder die Kroaten, die damals vom Bürgerkrieg geflohen sind. Spiegelcover 1991, das Boot ist voll und entsprechende Aussagen von der herrschenden Politik damals und von großen Mainstream-Medien gepaart mit dem, was auf der Straße damals abging, mit einer großen Neonazi-Bewegung gerade in Ostdeutschland, die es ja heute so eh nicht mehr gibt. Also das hat sich ja alles komplett gewandelt spätestens seit dem Aufstand der Anständigen. Ich würde gleich auch tatsächlich noch mal kurz auf die 90er Jahre zu besprechen kommen, weil ich das nämlich spannend finde. Aber man kann so ein bisschen, beziehungsweise ich finde, es ist eigentlich fast dasselbe, nur halt unter umgekehrten Vorzeichen, nämlich dass das eben gewandelt hat, dass der herrschende Geist wie die Gedanken der Herrschenden sind ja auch die herrschenden Gedanken, hat ja Karl Marx mal gesagt oder geschrieben und im Prinzip ist das ja so, dass der Geist, der durch die Redaktionsstuben und durch die NGOs und durch ja tonangebende Parteien halt weht, ist halt eher links, linksliberal und damit natürlich auch automatisch meistens eher Israel nicht so wohlgesonnen und dann hast du halt den Mob auf der Straße, der keine Springerstiefel mehr trägt, so eine Nike-Schuhe und an Allah statt an Odin glaubt und da mal für ordentlich Trouble sorgt und Action und davon muss ich natürlich von solchen Schmuddelkindern muss ich natürlich einen Harry bei Prantl oder keine Ahnung einen Heiko Maas oder so natürlich distanzieren. Aber Heiko Maas ist ja noch nicht mal der schlimmste Israel-Hasser, da gibt es ja noch wirklich steuerlich schlimmere, irgendwie ganze Linkspartei-Pack von Höger über Pech bis hin zu auch Sarah Wagenknecht leider, die ich für andere Aussagen schätze, aber für diese, für ihren Antitionismus ganz sicher nicht. Genau, das ist im Prinzip, das ist eigentlich nichts anderes wie der Mob, das Bündnis zwischen Mob und Elite, was sich Anfang der 90er Jahre zusammengefunden hat. Genau. Ich würde kurz einen Bruch machen, nämlich das mit den 90ern. Das ist ja eine Zeit, ich bin in den 80ern, später 80er geboren, 90er Jahre, da war ich halt ein Kind und habe halt irgendwie Enjoy Radio gehört und Scooter-Kassetten mir gekauft und bin ja erst so nach 2000, also ab 2001 habe ich mich so als Punk gesehen, auch wenn ich da eher noch nicht so aussah, aber bin dann auch 2002 auf meine ersten Demos gegangen, aber die 90er habe ich natürlich komplett verpasst, natürlich. Ich denke mir immer ganz oft so, wenn ich mir heute das so angucke, denke ich mir, die 90er war eigentlich wahrscheinlich schon, jetzt mal abseits von diesen Brandanschlägen und so und der krassen Nazi-Szene in Ostdeutschland, waren die 90er Jahre eigentlich schon noch ganz in Ordnung, oder? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn du eine Antifa Bonn, wahrscheinlich war es die Antifa Bonn-Rhein-Sieg, das war eine sehr große, sehr große Antifa-Gruppe, ich habe da auch später in den 2000ern zu meiner Antifa-Zeit auch mal jemanden kennengelernt, so ein Urgestein, der Antifa Bonn-Rhein-Sieg, keine Ahnung, wie der hieß, kennst du wahrscheinlich aber auch noch so einen Recherche-Typ. Ich weiß, wenn du meinst, ja. Ja. Und, aber ich kann mir vorstellen, also, so war das denn in Nordrhein-Westfalen, Bonn, so, war das auch so übel mit der Nazi-Szene da, wie in Ostdeutschland, also in Ostdeutschland war es ja wirklich teilweise sehr lebensgefährlich, wenn du da nachts als Punker oder Schwarzer oder Stadtbekannter, keine Ahnung, an das Denkener auf die Straße gegangen bist oder so, also das habe ich Anfang der 2000er sogar noch mitbekommen, als junger Punker, dass es da in dem Café, wo ich ursprünglich herkomme, als Wolgas, dass es da teilweise gefährlich war, mit bunten Haaren und Lederjäcker nachts oder abends rumzulaufen nach Einbruch, weil die Kameradschafts-Nazis da einfach durch die Straßen patrouilliert sind und das muss in den 90ern auch viel krasser gewesen sein, aber war es in NRW auch so übel? Das nicht flächendeckend sozusagen. Ich glaube, das ist tatsächlich schwer, das zu vergleichen beziehungsweise gleichzusetzen. Würde ich von Bonn jetzt einerseits nicht behaupten, andererseits hat es da auch schon wirklich eine relativ starke Nazi-Szene gegeben, die tatsächlich auch einfach alles terrorisiert hat, was nicht in die Zigarettenschachtel großes Weltbild gepasst hat und weder die Kommunalpolitik noch die Polizei haben irgendetwas dagegen unternommen, das hat schon maßgeblich zum Auftrieb und zum Erstarken der Antifa-Bonn-Rhein-Sieg auch beigetragen. Dann übrigens auch in den, also im Umland von Bonn, was ja auch eine Rolle gespielt hat, wo es die Nazis noch mal leichter gehabt haben, weil du dann natürlich immer weniger, grundsätzlich weniger Linke hast, die sich irgendwie dagegen wehren und mehr so ein Milieu, das dem Ganzen irgendwie dann doch mit Verständnis begegnet. Also es sind schon tatsächlich die Antifaschisten und Antifaschistinnen gewesen, die in Bonn dann auch tatkräftig, sagen wir mal, dafür gesorgt hat, dass das für, also dann doch, halbwegs menschenwürdige Verhältnisse wiederherzustellen, indem sie auch sehr aktiv in Wort und auch in der Tat gegen diese Neonazis vorgegangen sind. Das mag jetzt in Bonn selbst nicht so schlimm gewesen sein, wie in vielen ostdeutschen Ortschaften und Städten, aber es war auf jeden Fall auch ein signifikantes Problem, dass die Antifa angegangen ist und dass sie auch Zutat verschafft hat natürlich und dass sie auch ein Wachstum beschert hat. So und ich meine, das hat in den 90er Jahren nicht ohne Grund, gerade nach den Angriffen auf die Flüchtlingsheime und dafür stehen ja nicht nur ostdeutsche Städte, dafür steht beispielsweise auch Solingen. Stimmt, das ist ja nicht weit weg. Das ist ja nicht so allzu weit weg. Also es hat den Versuch gegeben einer bundesweiten Organisierung, vielleicht auch auf zwei Ebenen. Es gab zwei unterschiedliche bundesweite Bündnisse mit unterschiedlichen Ansätzen. Ja, AABO und das BAT gab es, glaube ich. Genau, das bundesweite Antifa-Treffen, ganz genau. Das sind ja Organisationen gewesen, dass sie ein klarer Ansatz dafür waren. Wir haben schon eine relative Stärke und wir versuchen das Ganze jetzt mal, also das ging ja nie um die Richtung Massenorganisation, aber es war schon ein wahrnehmbarer Faktor. Auch in den jeweiligen Städten war schon klar, das spielt da eine Rolle. In Göttingen beispielsweise, wo die Antifa-M zu Hause war, auch eine starke Rolle gespielt und schon auch sich eine Form von Standing erarbeitet, wo klar war, an dem können wir nicht vorbei. Also das hat, glaube ich, schon damals viele Leute geprägt, auch viele Leute politisiert oder vielleicht auch in Teilen radikalisiert und zu einer Organisation gebracht. Ich muss sagen, ich habe diese Zeit damals schon auch als sehr intensive erlebt und das auch für den richtigen und vertretbaren Ansatz gehalten. Was da passiert ist, bis es dann, wie es halt dann auch immer ist, man merkt dann irgendwann natürlich auch über die ganzen Auseinandersetzungen die ganzen Unterschiede und wie schon mal vorhin kurz angedeutet, mit meinem Grüppchen sind wir dann irgendwann schon dazu übergegangen, auch mal danach zu fragen, wie sieht es mit Linken-Antisemitismus aus? Übrigens nicht nur dem gegenwärtigen und auch nicht dem ganz alten historischen wie in Richtung KPD, sondern da ist schon auch drüber gesprochen worden, was haben eigentlich diese Gruppen des sogenannten bewaffneten Kampfes eigentlich gemacht? Also Stichwort Aber gerade Anfang oder auch Mitte der 90er noch sicherlich auf dem Höhepunkt der Antifa-Szene der damaligen Zeit waren die Fortschritte, die es da gegeben hat, doch schon greifbar und auch schon signifikant, würde ich sagen. Ich habe mal die These auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, also ich glaube, das war so ein, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar aus innerlichen Kreisen irgendwie, dass du eigentlich so in den 90er Jahren, also nachdem halt so der Ost, ich glaube es war in dem Buch von Jan Gerber über den Zusammenbruch des Ostblocks und dann die Auswirkungen auf die radikale Linke, das Niveau der Deutschlandbuch, wo er, glaube ich, auch die These aufgestellt oder das finde ich durchaus schlüssig, ohne diese Zeit jetzt selber aktiv miterlebt zu haben, dass so eigentlich die Linke nach dem Fall der Mauer, was ja immer, also was ja trotz aller Abneigung gegenüber dem Ostblock ja trotzdem so eine Schockstarre hervorgerufen hat, weil man so einen imaginierten Bündnispartner, der vielleicht ja doch noch irgendwie das Versprechen der Weltrevolution konserviert hatte, ja einfach verloren hat und danach hätte man ja eigentlich ja fast schon, also auch der Antiimperialismus wurde nur rübergerettet durch die Kurdistan-Solidarität und ansonsten konnte man nur noch eigene Akzente setzen mit so großen Mobilisierungen im Antifa-Bereich, also ich glaube eine der Parolen der AABO, also die antifaschistische Aktion bundesweiter Organisation, war ja glaube ich sogar Kampf dem Faschismus heißt Kampf dem imperialistischen Gesamtsystem, also mit dieser bescheuerten Dimitrovschen These von wegen hinter dem Faschismus steht das Kapital, genau, also als ob so in den 90er Jahren so einer lächerlichen Popelpartei wie der NPD so die großen Aktionäre und Kapitalgeber gestanden hätten, also auch da so völlig unkritisches 30er Jahre Weltbild, was damals schon mindestens fragwürdig war, irgendwie auf die heutige Zeit übertragen, aber ansonsten, ja, dann haben sie mal irgendwie so 6.000 Leute nach Wurzen oder Saalfeld in diese Ostpisskäffer da mobilisiert, irgendwie gegen irgendwelche Nazizentren da, aber ansonsten eigentlich, und dann spätestens als der Aufstand der Anständigen kam 2000, da war ja eigentlich alles vorbei, weil auf einmal ist Antifaschismus halt cool und Staatsdoktrin und der Staat ist halt immer noch der bessere Antifaschist und auch effektiver NSU und allem Pipapo zum Trotz, ich glaube halt, dass der Staat das immer noch besser hinkriegt, weil er einfach nämlich die Absolution hat, auch die Gewalt anzuwenden und die ist halt rechtlich verankert so und ja, und seitdem ist es eigentlich so, dass eigentlich, wenn ich, also wie gesagt, ich bin seit Jahren, seit langen, langen Jahren kein Bestandteil der linksradikalen Szene mehr, ich gucke mir das nur noch von außen an und ich sehe eigentlich nur noch, es gibt sowieso eigentlich auch keine Gruppen mehr von Bundesreiterrelevanz außer die EL und diese ums Ganze, die es anscheinend immer noch gibt, aber die, alle hängen ja nur noch, laufen ja nur noch irgendwelchen Massenbewegungen hinterher und die Massenbewegungen sind halt heute Fridays for Future, was total staatstragender Kram ist und übrigens auch Klassenkampf von oben und da laufen alle mit, weil das halt irgendwie Masse verspricht oder was weiß ich, man demonstriert heute gegen sogenannte Corona-Leugner, wo ich mir denke, man sieht da halt so den nächsten Step zum Faschismus und ich denke, also, auch da wieder absolutes Wohlfühl gehabe und während den 90er Jahren war es ja wirklich, wenn du da mit ein paar hundert Leuten irgendwie in Ostdeutschland gegen irgendwie so eine, in Grieves Mühlen demonstriert hast, irgendwie gegen so einen tatsächlichen rechten Konsens in diesem Kampf, dann war es halt mutig. Heutzutage... Der Unterschied würde ich da schon auch tatsächlich sehen und man darf nicht vergessen, dass die 90er Jahre auch noch davon geprägt waren von dieser langen, langen 16 Jahre während der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Das hatte schon auch was ziemlich Bleiernes. Da sind viele Leute, auch ich ja, damit aufgewachsen, dass wirklich so eine Erstarrung in der Gesellschaft gemerkt, auch ein Zeitgeist, der tatsächlich eher rechts war, also diese Sprüche wie hinter dem Faschismus steht das Kapital, also in meiner Erinnerung war das auch nicht unbedingt gegen die NPD gebünzt, das natürlich auch, aber das ist damals, glaube ich, schon auch klar gewesen, das ist nicht die relevante Kraft, hinter die sich irgendwelche Aktionäre stellen oder sowas, aber es hat auch zum Beispiel Aktivitäten gegeben zur Abwicklung von IG Farben, solche Sachen, also immer auch noch mit diesem geschichtlichen Bezug, das ist ja noch lange nicht irgendwie aufgearbeitet gewesen und auch gegen so einen rechten Zeitgeist natürlich auch in der Politik, wo schon klar war, so der rechte Rand der CDU, als es den Stahlhelmflügel noch gab, der hat schon deutliche Verbindungen da ins rechte Lager und da hat es auch die entsprechenden Bücher gegeben, es ist in den ganzen Debattenorganen, ist das natürlich verhandelt worden, also das ist schon eher die Stimmung gewesen, dass man auch das Gefühl haben konnte, wir arbeiten da schon gegen die Mehrheit an. Es gab ja auch diese Debatten um die Wehrmachtsausstellung, Trigger-Tenor-Uterbrechen, auch Martin Walser, 98, die Paulskirchenrede und so, obwohl Walser ja eigentlich kein Rechter ist, eher ein Linker, aber so diese Tenor, von wegen jetzt ist aber auch langsam mal gut so mit diesem Holocaust gequatscht, das war ja in den 90er Jahren ja teilweise wirklich noch im, also im Staatstragenden, also in der Regierenden Partei halt vorhanden, nämlich in der CDU. Aber das ist aber auch, das ist auch so ein Turning Point natürlich gewesen, als wir in den 90ern Aktionen gemacht haben, ob es jetzt zum 9. November war, ob es zum 27. Januar war, zum 8. Mai insbesondere natürlich auch, nehmen wir einfach mal den 8. Mai, weil der ja wirklich ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich da hingestellt hat und gesagt hat, das ist für die Überlebenden und für die Opfer ein Tag der Befreiung gewesen, dieser 8. Mai. Hast du keine, wenn du deine Kundgebung gemacht hast und darauf aufmerksam gemacht hast, hast du dich gegen die Mehrheit der Gesellschaft positioniert? Die haben gesagt, das ist ein Tag der Niederlage, da gibt es nichts zu feiern, was ja auch vollkommen richtig ist. Also für die Mehrheit der Deutschen. Sie sollten das auch nicht feiern. Wenn du dich da klar positionierst und sagst, wir ergreifen die Partei für die Opfer und für die ist es eine Befreiung gewesen, der Begriff der Befreiung ist ein rotes Tuch gewesen, damit stellst du dich gegen die Mehrheit der Gesellschaft und kannst damit an der Stelle natürlich nicht punkten. Das ist dann später Staatstagen geworden und den Ausgangspunkt genommen hat das wahrscheinlich 1985 mit der berühmten Weizsäcker-Rede, der ja dann auch die Kommunisten erwähnt hat, der die Sozialdemokraten erwähnt hat, der ganz andere Widerständler noch erwähnt hat, die vorher, also es war ein Tabu irgendwie, die Kommunisten da zuzurechnen, da Stauffenberg war das höchste der Gefühle und sonst kam da nicht mehr viel und der auch klar gemacht hat, also es gibt jetzt im Grunde genommen auch so eine geschichtspolitische Zäsur, so nach dem Motto, wenn wir, also man kann eigentlich mit dem mit dem ewigen Schlussstrich fordern und mit dem Leugnen und mit dem Verharmlosen und dem Relativieren kann man eigentlich nicht mehr viel gewinnen und vor allen Dingen kann man damit auch keine großen außenpolitischen Pläne schmieden. Ich glaube, es muss so die Wehrmachsausstellung war ja dann auch so eine Nummer, die nochmal für eine harte gesellschaftliche Auseinandersetzung gesorgt hat und gleichzeitig aber war es da aber auch schon so und die Täter sind ja auch älter geworden, gleichzeitig war es dann auch schon so, dass man im Grunde schon mehr Kapital daraus schlagen konnte, sich sozusagen zu der Vergangenheit zu bekennen, sie aufzuarbeiten, sie zu bewältigen und dann irgendwann mal daran zu gehen, moralischen Profit daraus zu ziehen und Weizsäcker ist schon so der Ursprung gewesen und heute spricht man vom 8. Mai ja ganz ganz staatsoffiziell schon so als Tag der Befreiung. Das ist schon interessant, welchen Turn das genommen hat, wie auch so ein Zeitgeist sich erinnern kann. Wenn man das heute mitmacht, dann schwimmt man ja auf dieser Welle mit, auf dieser staatlichen Ebene ja mit. Du hast den Antifa-Sommer erwähnt, ich glaube 2002 war es, wenn ich nicht irre, vier Jahre nach der Wahl von Rot-Grün 1998, wo Kohl abgewählt worden ist. Vier Jahre nach der Wahl war dieser staatliche Antifa-Sommer und ich glaube, der war sogar noch vorher, der war 2000, 2001 oder so. Ich glaube, das war ausschlaggebend war damals, das habe ich nämlich auch mitbekommen, weil ich ja, also das hat ja jeder einfach mitbekommen, weil der Mord an dem Alberto, Adriano und Dessau, der schwarze Familienvater, der von drei Nazi-Skins erschlagen wurde in einem Park und ich glaube, das war so der endgültige Punkt, wo dann Schröder gesagt hat, nee, 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 der endgültige Punkt, glaube ich, war dann der Anschlag in Düsseldorf, wo es jüdische Aussiedler, glaube ich, zehn jüdische Aussiedler, glaube ich, schwer verletzt worden. Irgendwie so, ich kriege es auch nicht mehr genau zusammen. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war 2000 oder 2001 oder so, auf jeden Fall gab es der Aufstelle ansteigen, das habe ich aber damals auch schon mitbekommen, weil das einfach in jeder aller Munde war, so Nazis und Ostdeutschland und Ducke- Deutschland und. Wir hatten das auf Anfang des Jahrtausends und es ist aber auch klar gewesen, das war natürlich, was das Schröder bewegt hat, das begann allmählich auch wirtschaftliche Nachteile zu bringen. Das begann allmählich, es gab Reisewarnungen, gerade für Ostdeutschland, es gab auch schon die ersten Investoren, die gesagt haben, Deutschland ist schwierig, es sorgte, diese rechten Umtriebe sorgte auch für wirklich für den wirtschaftlichen Schaden und auch, dass das außenpolitisch noch verkauft worden ist, sorgte für den wirtschaftlichen Schaden, wo klar war, wir müssen jetzt tatsächlich was daran ändern und ich erinnere mich dann auch noch, darauf auch nochmal kurz zurückzukommen, weil es so gut passt, an den 60. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands, also den 8. Mai 2005, wo drüber diskutiert worden ist, fahren wir als Antifa nach Berlin und demonstrieren dort gegen die Nazis, die durchs Brandenburger Tor marschieren. Grundsätzlich, wenn man das Hintergründe nicht kennt, sagt man erstmal, ja gut, warum nicht, die sollen denn nicht durchs Brandenburger Tor marschieren. Aber klar war damals im Grunde auch schon, die lassen die da aufmarschieren, um natürlich, also die lassen die da aufmarschieren und fordern ja geradezu die Gegendemonstranten auf, auch dahin zu gehen, damit hinter der ganzen Welt Bilder präsentiert werden können, wie gründlich zivilisiert Deutschland doch geworden ist. Und diese Bilder hat es gegeben, da hat es dann Blockaden gegeben mit Zustimmung der Polizei, die gesagt hat, setzt euch ruhig dahin, haltet die auf, wir filmen das, also nicht die Polizei, sondern es hat die Bilder gegeben, wo klar war, das hier ist das, hier ist das andere, das zivilisierte Deutschland, das ist jetzt auch für uns der Tag der Befreiung, wir stellen uns hier gegen die Neonazis, es ist im Prinzip eine staatliche, eine gesellschaftliche Aufgabe geworden, die die Mehrheit sozusagen erfasst hat und damals zu denjenigen gehört, die gesagt haben, ich fahre da nicht hin, ich will nicht dazu beitragen, dass es diese Bilder gibt und so zu tun, als ob jetzt alles ganz toll wäre und Deutschland wieder gut gemacht und bewältigt und Vergangenheit aufgearbeitet und sowas, da sollte man nicht dazu beitragen, auch nicht in Dresden in irgendeiner Form, sollte man nicht dazu beitragen, dass es dieses schöne Bild davon gibt, sondern weiterhin auch sehr klar und sehr deutlich sagen, was der 8. Mai beispielsweise, was der 8. Mai insbesondere für den Tag gewesen ist, eben Tag der Kapitulation, nicht so tun, als ob man jetzt plötzlich in eins mit den Opfern zu sein wäre oder, und das ist ja das Narrativ, das am problematischsten ist, dass man im Prinzip damit ja sagt, naja, irgendwo waren ja doch, irgendwo waren sie ja alle Opfer davon. Es hat ja sie heute auch um ihre Jugend gebracht, um ihre Hoffnung gebracht, um ihre Träume gebracht, so und deswegen sind wir jetzt alle davon, also am 8. Mai 1945 ist die Welt von den Deutschen befreit worden und nicht die Deutschen von den Nazis. Und den Unterschied deutlich zu machen, das fand ich immer ganz, ganz wichtig bis heute, weil dieser geschichtspolitische Diskurs, der sich verändert hat, tatsächlich einer ist, das hat Eike Geisel eben sehr früh schon vorausgesehen, das ist einer, da muss man widersprechen. Und das ist dann eben tatsächlich auch in vielen linken Organisationen so nicht der Fall gewesen, sie haben sich gefreut, dass plötzlich da ein größerer Teil der Gesellschaft darauf anspringt und sich der Zeitgast so ein bisschen ändert und das, die späten Ergebnisse davon, die sieht man eben heute auch in diesem Unterschriftenkartell. Ja, ich finde, genau, und das ist nämlich so ein Punkt, was habe ich das, also ich bin 2005, am 8. Mai bin ich natürlich auch brav nach Berlin gefahren, als kleiner 17-jähriger Antifa mit meiner damaligen Antifa-Gruppe und haben uns natürlich auch gefreut, dass wir da irgendwie mit, weiß nicht, 15.000 Leuten irgendwie diese 3.000, 4.000 Nazis da aufgehalten haben, ohne, und am Vorabend war noch Konzert von Togotronic unter dem Motto, das war glaube ich von der Jungle World sogar mitorganisiert, Deutschland, du Opfer, also als ob das irgendeine Relevanz gehabt hätte in diesem ganzen Wiedergutmachungsspektakel. Das ist mir natürlich da überhaupt nicht klar gewesen. Also ich habe dann das aber in Dresden ein paar Jahre später sehr, sehr genau mitverfolgt. Ich bin nämlich sogar auch bis 2009 sogar noch regelmäßig nach Dresden gefahren und da war ich schon 2009 war ich schon auch, hatte ich dann auch schon meine, ja, damals hieß es ja noch Hardcore-Antideutsche Gruppe, also eine Bahamas-nahe Antideutsche Gruppe, die Gruppe Solo, vielleicht kenne die noch jemand, ansonsten Schauder oder meine alten Mitstreiter, die das vielleicht auch hören. Naja, auf jeden Fall sind wir damals auch nach Dresden gefahren und das war 2009, aber schon so auf der Kippe, wo es schon auch noch viele so, sagen wir mal, so Antideutsche oder so Pop-Antideutsche, damals gab es ja wirklich noch so eine Art antideutsche Bewegung, irgendwie mit Egotronic als musikalischer Arm und mit, wie, Hauptsache man hat irgendwie die schicken Karmotten getragen und die Israel- und USA-Fahne dabei gehabt und abends ist man irgendeine hippe Cocktailbar gegangen, irgendwie und danach im Club, irgendwie um Egotronic oder Frittenbude sich anzugucken. Auf jeden Fall sind da auch noch, aber trotzdem noch relativ viele, ein bisschen vernünftigerere Szenenleute hingefahren. Ein Jahr später, da sind wir nämlich alle kollektiv nicht mehr dahin gefallen, weil da gab es dann nämlich den großen Aufruf von Avanti, beziehungsweise IL, Interventionistische Linke, No Pasaran, auch so eine Frechheit, sich in so eine Ahnenreihe mit so spanischen Partisanen zu setzen, die gegen die Franco-Faschisten und gegen Mussolini-Faschisten und die Nazis gekämpft haben, also wegen so eklig, die auch waren, diese 6.000 Neonazis, die aus der ganzen Welt angekarrt wurden, aber also da muss man erstmal sein, sich in so eine Ahn-Galerie einzureihen zu wollen. Auf jeden Fall ging es aber da, bei diesen No Pasaran-Protesten ging es ja gar nicht mehr darum, irgendwie noch das, was die antideutschen Gegenproteste noch betont haben, die haben gesagt, die Nazis sind nur ein Ausdruck davon. Eigentlich muss man hier diesen ganzen zivilgesellschaftlichen Konsens angreifen und der ist in Dresden anders als in vielen anderen Städten in der Bundesrepublik. In Dresden gibt es nämlich wirklich noch so eine Opfermentalität, während das sich in westdeutschen Städten und teilweise auch in ostdeutschen Städten so bei diesen Trauerkundgebungen und so da schon gewandert hat. Also in Lübeck hatten wir auch jahrelang, mit einem Jahrzehnt glaube ich, so, naja nicht ganz, aber neun, acht, neun Jahre oder so, auch regelmäßig ein NPD-Aufmarsch zum Jahreszeit der Bombardierung, da war das nicht so. Also in Lübeck gab es nicht so ein allgemeines Trauerkollektiv wie in Dresden. Das war schon so eine Dresden-Specificum, aber, und das war auch richtig, in den 2000er-Jahren dagegen zu demonstrieren, auch mit Plattenparolen, wie alles gut aufkommt von oben und irgendwelchen Royal Air Force Flaggen und so, aber als dann die Platzhirsche von IEL das übernommen haben und gesagt haben, no pasaran, und uns geht es jetzt eigentlich nur noch um die Nazi-Demo, ja dann setzt euch doch zusammen hin, friert euch halt den Arsch ab im Februar, irgendwie lasst euch ein bisschen von dem Bullen mit dem Wasserwerfer wegschießen und ansonsten setzt euch da doch hin und lasst euch Suppe bringen von irgendwelchen SPD-Heinis und von irgendwelchen grünen Heinis und Kirchen-Heinis. Dann macht er halt mit, so bei dem offiziellen zivilgesellschaftlichen, ja ihr seid halt der militante Arm der Zivilgesellschaft, genau, so habe ich meinen Text betitelt, wo es um diese Lübecker-Proteste ging. Mehr ist das halt nicht. Volksgemeinschaft gegen rechts, so hat das eine Gruppe aus Halle mal zusammengefasst und ich finde, das trifft es sehr gut und das ist eigentlich genau dasselbe Spektakel wie halt irgendwie fünf Jahre vorher noch in Berlin am 8. Mai, wo du schon schlauer warst, weil du älter warst, ich bin treu doof da hingefahren und dachte, wie geil ist das denn, wir haben die scheiß Nazis aufgehalten, ohne zu ahnen, was man da eigentlich gerade, also was für ein Steigbügel halt da man halt ist für dieses wieder gut gewordene, moralisch geläuterte Deutschland, was gar keine Probleme damit hatte, irgendwie ein paar Jahre vor, noch Serbien zu bombardieren mit so einer antifaschistischen, also pseudo-antifaschistischen Begründung und einfach aus ganz klar Wirtschaftsstandort, aus wirtschaftsstandortlichen Gründen halt auch dann jetzt den Aufstand der Anständigen auszurufen, weil man dann mit seinen Mitbürgern doch beibringt, den Auslander-Librieren nicht totzuschlagen, sondern als Repräsentant einer fremden, aber zu tolerierenden Kultur zu schätzen, zu lernen, also das ist ja so im Prinzip, ich glaube, das hat Wolfgang Port so geschrieben, so als seinen Text zur Aufstand der Anständigen, überhaupt Port, Geisel bis heute, beste Ideologie-Kritiker, die es gibt, da kommt auch wirklich nichts ran. Ja, konkret war er auch dabei, Gremlitzer hat ja damals auch zum Glück noch gelebt, das waren, also der Adalas, gut, Eike Geisel ist 1997 schon gestorben, aber der Adalas ist schon wirklich immens an Leuten, die Kluges dazu zu sagen imstande waren, Jochen Brun, Manfred Dahlmann, die vor nicht allzu langer Zeit gestorben sind und das sind schon auch Leute, die sehr fehlen, finde ich, in ihrer Art und mit ihren Beiträgen, genau diesen zivilgesellschaftlichen Konsens immer wieder anzugreifen, einfach auch zu sagen, so, das kann nicht alles sein und schließt euch dem und den dahinterstehenden Zielen und Absichten einfach nicht an. Jetzt haben wir einen Hänger, das haben wir bislang noch gar nicht. Ja, wie ist denn so dein, du hast ja irgendwann, also ich habe dich kennengelernt über Lisas Welt, das war natürlich auch ein Blog damals, der einfach bekannt war, also ich glaube, ich habe 2000, also wie gesagt, ich wurde in den frühen 2000ern politisiert, erst Pang und dann später so ab 2004 ging ich so in die autonome Szene und da kann man um diese ganzen innerlinken Debatten und Gabenkämpfe, Antideutsche, Anti-Ims beziehungsweise Antideutsche eigentlich versus die Restlinke, kann man einfach überhaupt nicht dran vorbei und man musste sich irgendwie positionieren und ich weiß auf jeden Fall noch, das ist auch ein gewissen Antifa-Kreisenden McPom zum Beispiel, da war ich vier, weil ich damals mit einer aus Greifswald zusammen war, die ein Antifa-Kreifswald war. Es war einfach teilweise auch in solchen Kreisen, gerade in ostdeutschen Antifa-Kreisen war es einfach auch schick, sich Antideutsch zu geben und eine Israel-Flagge dabei zu haben, wenn man auf irgendeine Demo gefahren ist oder so und dann habe ich glaube ich 2006 oder 2007, glaube ich, meine erste Bahamas auch mal an mir bestellt, damals konnte man so ein Probeexemplar immer kostenfrei sich bestellen, sich nach Hause liefern, das war immer die Ausgabe 51 mit dem Papst, mit Ratzinger auf dem Cover, von 2006 war die glaube ich und genau und habe das denn gelesen und habe gemerkt, das ist gar nicht so rassistisch, was da drin steht, ich finde das eigentlich sogar relativ vernünftig, weil davor hatte ich mich ein Buch von Robert Kurz gelesen über die antideutsche Ideologie und das hat genau den gegenteiligen Effekt ausgelöst, ich fand es mich total spannend, mich damit mal mit den Originaldokumenten zu beschäftigen und ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall damals auch schon relativ früh auf den Lisa's Welt Blog gestoßen bin, 2008 oder 2007 oder so, weil es gab damals immer diese Blogs, die man hat gelesen hat, Spirit of Entable gehörte dazu, Ach, Achse des Guten natürlich damals noch, also lese ich heute immer noch ab und zu mal, aber die haben auf jeden Fall massiv eingebüßt im Vergleich zu den 2000ern. ja, und Lisas Welt war auf jeden Fall auch mit, auf jeden Fall auch mit ganz weit vorne mit dabei, so, den hast du, wann hast du angefangen, den zu machen, 2005, 2006 oder? Februar 2006 und das war schon in der Zeit, in dem ja relativ viele von diesen Blogs entstanden sind und auch so eine Blogger Szene entstanden sind, also ich glaube, die technische Möglichkeit war damals auch noch relativ neu, kann das jetzt nicht genau zurückdatieren, aber ich würde vermuten, so ungefähr 2004, 2005 rum, gab es eben die Möglichkeit, so war es bei mir damals auch, ich hatte ja keine programmiertechnischen Qualitäten, so, aber die, die Möglichkeit, etwas im Internet, das ist ja nun auch schon jetzt eine ganze Weile wieder her, etwas im Internet zu publizieren, mit einfachen Mitteln, also ohne, dass man sich da irgendwelche Baukästen kaufen muss und eine eigene Seite programmieren muss, die dann vielleicht noch schrecklich aussehen, sondern mit leichten und ganz einfachen Mitteln an so eine eigene Seite zu kommen, das fand ich vollkommen faszinierend und wollte es gerne ausprobieren und war damals, ich war noch in einer politischen Gruppe drin, die aber schon nicht mehr so wahnsinnig viel auf die Reihe bekommen hat, muss man ehrlicherweise dazu sagen und sich gleichzeitig so bestimmte Beschäftigungen, bestimmte Auseinandersetzungen haben sich schon so ein bisschen stärker ins Internet verlagert auf diese Blogs und ich fand es faszinierend, eine eigene Seite zu haben, die Möglichkeit, da das zu schreiben und zu veröffentlichen, was ich für wichtig halte, habe am Anfang gedacht, ich weiß jetzt nicht, wozu das führt, also mein Vorbild war damals tatsächlich Spirit of Entebbe, das ist im Blog schon genannt, ein Freund von mir, der mir gesagt hat, du, das ist ganz einfach, sowas zu machen, ich kann dir gerne zeigen, wie das funktioniert, das kriegst du schnell hin und dann kam man halt auch mit Leuten in Kontakt, die auch Blogs zu ähnlichen Themen vielleicht betrieben haben, hat sich mit denen ausgetauscht, das ging relativ schnell, es gab Blogger-Treffen in Berlin, an die kann ich mich erinnern, wo man gesagt hat, wir treffen uns jetzt auch mal abseits des Bildschirms und lernen uns mal kennen, das waren schon aufregende Treffen, auf denen Henrik Bohder beispielsweise auch war, zu einer Zeit, also heute finde ich ihn wirklich inzwischen zunehmend problematisch, aber damals war es wirklich ein luzider Kritiker des Antisemitismus, ein luzider Streiter und eloquenter Streiter für Israel, ich war sehr froh und sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er meine Texte verbreitet hat, dass er geholfen hat, sie zu verbreiten, durch die Verlinkung auf der damals noch lesenswerte Achse des Guten, solche Dinge halt und es hat schon auch wie zur Schaffung von so einer Szene dann beigetragen, auch von vielen Leuten, die auch teilweise natürlich aus der Linken kamen, aber die die Möglichkeit gesehen haben, okay, wir veröffentlichen jetzt sozusagen als Individuen, aber finden doch irgendwo so dieser Blogger-Szene, Blogger-Gemeinschaft irgendwie zusammen, vernetzen es da, machen gegenseitig aufeinander aufmerksam und hat mir schon auch neue Freundschaften auch im echten Leben sozusagen dann verschafft und hat, weil wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen haben, so über das Freiberuflertum, ich habe damals noch in dem Verlag gearbeitet und hatte da 2006 noch gar nicht vor, mich irgendwann mal als Freiberufler zu verdingen, aber durch das regelmäßige Schreiben, durch das Bekannterwerden, durch den Austausch, durch das Wahrgenommenwerden, haben sich schon auch andere publizistische Möglichkeiten aufgetan, also es war dann schon so, dass zum Beispiel die Jungle World gefragt hat und das konkret gefragt hat, kannst du auch was für uns schreiben, ich finde das gut, was du auf deinem Blog machst und magst du nicht auch bei uns publizieren, wollte ich natürlich super gerne, das waren zwei Zeitschriften, die ich natürlich wahnsinnig gerne gelesen habe, die mir immer wahnsinnig wichtig waren und für die zu schreiben, das war für mich so ziemlich das Größte, das fand ich ganz herausragend und da ging es nicht in Ansätzen ums Geld, sondern wirklich um die Möglichkeit, dass man da Texte veröffentlichen konnte, das fand ich vollkommen irre und dass ich dann, dass der Blog so eine Art Schaufenster werden würde oder sein könnte, um Texte zu präsentieren, die Leute interessieren und dass es dann vielleicht auch welche gibt, die sagen, wir laden dich zu einer Veranstaltung ein, magst du nicht einen Vortrag dazu machen, dass das irgendwann mal über das Bloggen sozusagen sich dann quasi auch mein ganzer Beruf ändern könnte, weg vom Lektor und Layouter oder das dann eben zur Reduzierung hin zur Tätigkeit als Autor, habe ich von Anfang an gesagt, der Blog beschäftigt sich mit Fußball und Politik und das sind ja bis heute meine Felder, also der hat das schon maßgeblich angeschoben, ohne dass ich das am Anfang beabsichtigt gehabt hätte. Ich wollte eigentlich nur mich austauschen, wollte nur ein bisschen was veröffentlichen, habe mich gefreut, dass Leute gelesen haben, wenn ich darüber mit Leuten in Kontakt kommen konnte und dass sich das dann irgendwann mal Richtung Beruf auch weiterentwickelt hat, habe ich damals nicht absehen können. Davon hätte ich auch nicht geträumt, ehrlich gesagt, wenn es einfach nur Spaß gemacht und wenn es dann so ist, dass man später dann auch was tatsächlich davon leben kann und das, also davon leben kann, was einem Spaß macht, dann ist es natürlich eine schöne Sache, klar. Ja, ich muss auch sagen, ich wurde gerade so ein bisschen nostalgisch, als ich so gesagt habe, so in den 2000ern, dann so späte 2000er, dann so ab 2007 oder 8 oder so oder dann so mein Bruch mit der Linken kam, also Ende 2008, als wir dann diese Gruppe gegründet haben und da habe ich dann gemerkt, ich kann das nicht vereinbaren, also ich kann nicht irgendwie in so einer, ja, antideutschen Sektengruppe sein und gleichzeitig noch irgendwie zum Landes-Antifa-Treffen fahren und da irgendwelche Rechercheblödsinn halt machen, das geht nicht, also da verändert sich meine Form der Gesellschaftskritik, das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun, also muss ich jetzt einen Bruch machen und bei mir kam der endgültige Bruch dann bei der Operation Cast Let, den die israelische Armee, Ende 2001, ich glaube Dezember, Ende Dezember 2008 ging das los und das ging erst bis Anfang, Mitte Januar, das war damals der Krieg auch gegen die Hamas, der Hisbollah war glaube ich drei Jahre vorher, 2006. Das war 2006. Genau und da war eigentlich für mich der endgültige Bruch dann, da gab es nämlich in Lübeck auch relativ große Islamisten-Demos mit über 1000 Leuten, das ist für Lübecker Verhältnis schon relativ viel, also wenn da mal 1000 Leute zur Demo kommen, egal was es eigentlich ist, ist es eigentlich schon eine große Demo und da gab es, also wir waren die einzigen Gegner-Monstranten da, also wir haben uns in der Israel-Flagge an den Rand gestellt und mussten von der Polizei beschützt werden, damit wir da nicht auf die Fresse kriegen und das hat niemanden aus der linken Szene, zu denen ich ja damals noch einen viel, viel engeren Draht hatte, weil ich gerade frisch aus dieser Szene kam und viele Leute kannte und auch wirklich über das ganze Bundesland gut vernetzt war, das hat niemanden da interessiert, also da hätten auch wirkliche autochtone Neonazis mitlaufen können, auch das hätte niemanden interessiert, das war eigentlich für mich so ein Punkt zu, ja und dann gab es eine Woche später oder so, gab es eine Kundgebung in Hamburg, Hamburg für Israel, das habe ich aus DEG-Kreisen, glaube ich, organisiert, da waren dann schon so drei, vier, fünfhundert Leute, aber da die Demo war halt umringt, also es war wirklich wie so, also da habe ich mich zum ersten Mal gefühlt, wie sich so ein Neonazi halt fühlen muss, wenn er auf eine Nazi-Kundgebung geht, so links und rechts halt nur gegen den Monstran, die uns angebrüllt haben und massiver Polizeischutz und ja und das waren zum Teil halt auch linke Anti-Imps aus Hamburg, diese B5-Leute und so, ganz, ganz gruselige Leute, die uns da auch verfolgt haben nach dem Ende der Kundgebung und das auf die Fressehauen wollten und so und das war eigentlich so eher der Bruch, aber trotzdem, das war natürlich unschön, aber irgendwie hat das einfach damals noch mehr Spaß gemacht in dieser Szene, weil es ja wirklich auch so eine Art anti-deutsche Szene halt gab, also es gab ja so einerseits die Bahamas so als Theorieorgan und den Sa-Ira-Verlag, die damals aber auch noch, also ich weiß gar nicht, wer heute beim Sa-Ira-Verlag da noch ist, nachdem Bruno und Dahlmann gestorben sind, keine Ahnung, irgendwie Leute wie Hagedorni, die kenne ich gar nicht persönlich, aber irgendwie war es, gab ja dann auch immer den Streit zwischen, keine Ahnung, Sa-Ira und ISF und der Bahamas, aber damals war das dann irgendwie noch so, da haben sich dann trotzdem Justus Wertmüller und Joachim Brunnen oder Manfred Dahlmann zusammen aufs Podium gesetzt oder auch Stefan Griegert und Justus Wertmüller haben sich damals noch aufs Podium gesetzt und haben dann irgendwie diskutiert und es war halt auch, war auch, und danach hat man halt ein Bier getrunken, so und irgendwie war es halt netter, also es hat da irgendwie, ja, es gab, wie gesagt, es gab ja diese Pop-Antideutschen, ne, mit irgendwelchen Magenklamotten und Egotronik, aufs Egotronik-Konzert gehen und möglichst viel saufen und möglichst irgendwie in schicke Bars gehen und sich von diesen granzigen Az-Zeit abgrenzen, die man noch ein Jahr vorher gegangen ist, aber es hatte so, ich weiß nicht, ich war damals Anfang 20, es hat gerade so einen Anflug von Nostalgie halt gekriegt. Das gibt es heute halt überhaupt nicht mehr. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich so Anfang 20 wäre und ich würde jetzt so, ähm, mich so mit, äh, für antideutsche Thesen irgendwie interessieren, dann kann ich mir immer noch die Bahamas bestellen, aber ich wäre dann, ähm, also, also erstmal ist das in der Linken überhaupt kein Thema mehr, habe ich das Gefühl, also nicht wie in den Neuen, wie in den 2000ern, wo man wirklich nicht drum herum kam nach 9-11, ähm, und nach dem Irakkrieg vor allem eigentlich, ähm, sich damit auseinandersetzen zu müssen und sich irgendwie auch zu positionieren, ähm, das hat in der Linken überhaupt keine Relevanz mehr und, ähm, ich finde auch diese, das hat sich ja alles so auf Facebook verlagert und du hast ja, glaube ich, du hast, machst ja deinen Blog halt aus Facebook-Seite, aber du hast ja keinen Privataccount, sei froh. Es ist, teilweise sind das absolute Schlangengruben, die sich da öffnen. Also es ist schön, weil man viele Leute so schnell kennenlernt, äh, und dann irgendwann sich mal trifft auch und, ähm, ich habe auch viele sehr nette Leute mittlerweile, ähm, schon persönlich getroffen, die ich vorher auf Facebook dann kennengelernt habe, ähm, und man kann auch einfach in Kontakt bleiben. Früher musste man immer zu Veranstaltungen hinfahren oder so, das war in Lübeck war ein bisschen schwierig, weil da musste man zumindest nach Hamburg fahren oder halt noch weiter weg. Ähm, aber ja, insgesamt, ähm, finde ich, hat sich da so eine ungute Diskussionskultur entwickelt und so eine ungute, du magst mich nicht, da lösche ich dich halt, oder auch so eine, so eine Like-Gier und das ist unangenehm. Also das ist so ein bisschen das, was, ja, diese großen Nachteile, die Social Media halt mit sich bringt, setzt sich natürlich auch im Kleinen in dieser Bubble halt fort. Und überhaupt der virtuelle Raum natürlich, das hat sich halt wegverlagert von den Blogs, die sind im Prinzip tot, es gibt sie noch, aber die spielen lange nicht mehr die Rolle, wie es dann vielleicht wirklich so zwischen 2006 und, ich weiß es gar nicht, 2013, 14 oder wann auch immer entwickelt hat, sondern verlagert sich tatsächlich viel auf Facebook oder auf andere oder Instagram teilweise auch, also irgendwelche Social Media Plattformen, wo es dann stattfindet. Und das, die Verlagerung in virtuellen Raum, jetzt nicht nur Pandemie bedingt, hat schon auch mit dazu beigetragen, dass diese Bewegungen, die es gibt, kleiner geworden sind, abgesehen davon, dass ich eben glaube, mit Blick auf die Geschichte der linken Bewegungen und rechnenbar die Antideutschen einfach einfach dazu. Das, glaube ich, ist in dem Zusammenhang unproblematisch. Ja, klar. Haben halt schon alle mal ihre spezifischen Entstehungsbedingungen gehabt, ihren Höhepunkt irgendwann gehabt, ihren Höhepunkt irgendwann auch überschritten, sind in ihren Zerfallsprozess eingetreten und das beobachten wir längst. Und diese Skurrilitäten dann hervor, also mir geht es da nicht unähnlich wie dir, wenn ich an die Zeit zurückdenke, auch an die großen Kongresse beispielsweise, die die Bahamas ausgerichtet hat oder die auch andere ausgerichtet haben, wo es dann teilweise so in so einem Konkurrenzverhältnis zueinander stand. Das, an die denke ich gerne zurück, aber es ist heute auch so nicht mehr denkbar. Und da muss man, glaube ich, irgendwann auch so ehrlich sein zu sagen, gut, das gibt es halt nicht mehr. Es gibt sicherlich Erklärungen, warum das zerfallen ist, warum auch bestimmte Auseinandersetzungen wahrscheinlich eher kontraproduktiv geworden sind. Manche Sachen laufen sich auch einfach tot. Irgendwann interessiert es dann auch keinen mehr und gewinnt auch nicht so zwingend an Relevanz. Die Gesellschaft entwickelt sich in eine andere Richtung weiter. Und manchmal ist es auch ganz einfach so, das meine ich jetzt überhaupt noch nicht mal negativ oder bösartig oder kritisch. Es gibt dann schon auch Leute, die vielleicht gerade auch wahrnehmbar gewesen sind in diesen Bewegungen, vielleicht nicht unbedingt mal an führender Stelle, aber die dann wirklich auch, also das absorbiert sich dann auch hinein, teilweise in irgendwelche Stellen. Also ich schätze die Arbeit der Armanier-Antonio-Stiftung zum Beispiel sehr. Aber da sind halt schon auch Leute gelandet, die aus dieser Szene kommen, die davon jetzt leben können. Und ich bin ja selber einer, der gut als Freiberufler und nicht als Mitarbeiter einer Stiftung, aber das ist, glaube ich, auch ein relativ normaler Weg zunächst mal, dass man sagt, okay, irgendwann versucht man halt vielleicht auch, natürlich hat man ja auch versucht, damit einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss, und wenn es eben in Anführungszeichen nur innerhalb der Linken ist oder eben auch gegen die Linke ist, zu erreichen, führt das dann, glaube ich, auch dazu, dass man, dass es so dieses, man bekommt dann Stellen an der Uni, viele haben ja noch studiert zur damaligen Zeit, oder in Stiftungen oder wo auch immer. Ich glaube, das ist so ein ziemlich normaler Prozess, der da stattfindet und der auch schon in anderen linken Bewegungen stattgefunden hat und ganz ähnliche Ergebnisse hervorgebracht hat. Ja, nicht in Stiftungen, also das ist ja auch wie, auch bei, auch medial dann, also auch in Springerpresse auf jeden Fall, also Thomas Osten-Sacken schreibt, Thomas Osten-Sacken und Thomas Uwe haben beide viel für die Welt geschrieben, die Sarah Rukai zum Beispiel schreibt ja auch für die FATS und für die Cicero, wobei ich glaube, die kommt jetzt nicht so aus dieser klassischen antideutschen Szene, aus der wir jetzt so kommen, aus den 90ern, 2000ern, aber ja klar, das gibt es natürlich auch. Also ich glaube auch der Philipp Piatoff, der für die Bild schreibt, meine ich auch mal gehört zu haben, dass der ursprünglich auch so ein bisschen aus dieser links-antideutsch-angehauchten Jungle World Szene kommt aus Berlin, ist mittlerweile, wie schreibt er halt so seine Artikel zu Antisemitismus in Israel, hast für die Bild-Zeitung und findet da sein Auskommen und so, also klar, das wird natürlich immer noch absorbiert. Geht mir ja nicht anders, also und dir geht, gut, wie gesagt, du bist Freiberufler, ich bin auch Freiberufler, aber ich habe ja auch eine Stiftung hinter mir, die mich gut bezahlt und für die ich halt immer arbeiten kann und für die ich natürlich auch irgendwie Themen einbringen kann, die mich halt bewegen und wo ich auch da auch, wenn ich für die halt Thema, also wenn ich dich für die einlade, dann ist es einfach auch so, dass ich da halt noch eher ein Publikum von mir sitzen habe, wo ich merke, da gibt es noch eine Offenheit dafür, also das wäre bei, keine Ahnung, bei manchen anderen Stiftungen vielleicht schwieriger, also bei der Rosa-Luxenburg-Stiftung wäre es vielleicht schwieriger, dich unterzubringen, als jetzt bei der, für die ich arbeite, die ja liberal gesinnt ist. Genau, aber irgendwie, ja, ich weiß worauf, also ich weiß, was du meinst, genau. Aber ich merke es doch selber auch beispielsweise daran, wenn ich mal so gucke, ab 2000, was nehmen wir denn mal 2006, 2007, also ich hatte auch vorher schon Vorträge gemacht, aber da war das zum Beispiel eher dieses Buch zur Geschichte der KPD, in dem ich mitgeschrieben habe, da haben wir halt dazu viele Veranstaltungen gehabt, aber dann so ab 2000, eigentlich mit der Blockgründung nahm so dann auch relativ bald die Zahl der Veranstaltungen zu. Wenn ich gucke, von wem ich da eingeladen worden bin und wo ich da gesprochen habe, da waren schon auch noch viele Gruppen und Organisationen dabei, also entweder die halt wirklich so astra-finanziert waren oder eben wirklich aus diesem klassischen, sagen wir mal, antideutschen Spektrum im weitesten Sinne, mit allen Stattierungen, die es da gab, die kamen eigentlich aus diesem Spektrum und da bin ich relativ häufig da gewesen und hat sich dann später deutlich stärker verlagert hin eben zu Stiftungen, zu deutsch-israelischen Gesellschaften und den ganzen Arbeitsgemeinschaften, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, was auch immer, teilweise staatliche Einrichtungen so, das ist vollkommen okay und auch wahrscheinlich ein recht normaler Weg, aber mir ist es schon irgendwann auch aufgefallen, ich rede dann jetzt auch tatsächlich weniger in irgendwelchen Zentren, die es auch immer weniger gibt und es sind nicht irgendwelche Antifa-Gruppen oder antideutsche Gruppen, die mich einladen, wo es darum geht, jetzt da auch vielleicht so eine gewisse Diskussion voranzubringen, auch im gemeinsamen Austausch, sondern teilweise eben heute, wenn es Jüngere sind, was ich ja sehr mag, sind es halt irgendwelche studentischen Gruppen oder beispielsweise das Junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft, wo viele gelandet sind, die heute israelische solidarische Arbeit machen, die eine ganz hervorragende Arbeit machen, finde ich und da bin ich auch immer ganz ausgesprochen gerne, aber die Verlagerung habe ich schon gemerkt, so dass, das, die, da gibt's gibt jetzt nicht mehr so die durchaus relevante, wahrnehmbare, irgendwie antideutsch geartete Szene, zu der man dann kommt und wo es jetzt darum geht vielleicht auch, wo man vielleicht auch interne Konflikte da mitbekommt und bespricht und sagt, wie stehst denn du dazu, hast du das gelesen, hast du das mitbekommen, was der da geschrieben hat und so und für uns sind die Bedingungen auch in der, in der eigenen Stadt vielleicht auch die Auseinandersetzung mit der Linken, das spielt heute eigentlich eine immer geringere Rolle. Ich habe heute irgendwo einen Vortrag machen, selbst wenn ich es mit Jüngeren zu tun habe, ja, da kommt schon nochmal vor, dass, wie ist jetzt die Stimmung gerade an der Uni so und da gibt's jetzt irgendwelche, welche Boken Linken oder aus der Postkolonien Szene und sowas halt und da haben wir gerade unsere, unsere Battles als pro-israelische Gruppe, das, aber es wird, wird schon immer weniger, wird schon immer weniger. So, und das ist natürlich auch, also für mich so als, als irgendwo immer noch so ein bisschen, weiß ich gar nicht, wie ich das nenne, so ein bisschen Oldschool-Antideutschen, bedauere ich teilweise mit manchen Entwicklungen auch sehr, die da, die da stattgefunden haben und immer noch stattfinden und bin manchmal auch ganz froh, wie du schon gesagt hast, bestimmte Auseinandersetzungen auf Facebook dann nicht mitzubekommen. Manchmal schwappen sie dann über irgendwelche anderen Kanäle rein, denken mir so, boah, habe ich auch mal gerne gelesen, kann ich heute nicht mehr, nicht mehr machen und manche Entwicklungen finde ich schon sehr bedauerlich und auch manche, dass manche Grundsätze vielleicht nicht mehr so vertreten werden, also ich nur mal um einen, ja vielleicht dann doch am Ende gar nicht so beliebiges Beispiel zu nennen, also mich wird man, mich wird man nie zu jemandem erziehen, dem irgendwie schwarz-rot-gold egal ist. Ich kann das immer noch nicht haben, irgendwelche schwarz-rot-goldenen Fahnenaufmärsche, auch im Zuge irgendwelcher Fußballspiele und ich glaube, das wird auch nie anders werden. Also es gibt schon immer so ein, also es gibt so bestimmte gute alte Grundsätze der Antideutschen, die mir nach wie vor wirklich total wichtig sind, auch in der in der israel-solidarischen Arbeit, wo ich es so ein bisschen schade finde, in welcher, also wohin das teilweise irgendwie abgeglitten ist und kommen mir da aber manchmal auch eben inzwischen sehr altbackend vor mit den Dingen, aber habe es dann halt auch an der Stelle irgendwo weiterentwickelt, also es wird Florian Makel halt zwei Bücher zusammen gemacht haben, wie gesagt, aber gut, dann tragen wir das, was wir irgendwie gelernt haben und das wir uns erarbeitet haben, in anderer Form wie zusammen und auch irgendwo vor und versuchen damit Leute zu erreichen und natürlich ist mir die, sind mir die Arbeitsgemeinschaft der deutsch-israelischen Gesellschaft vollkommen recht und ich finde es vor allem gut, dass sie nach langer Zeit, in dem sich wenig getan hat, sind viele davon wirklich wieder zu leben erwartet und machen auch ganz, ganz viel. Gut, aber die haben ja natürlich eine Deutschlandflagge im Logo, ne? Ich bitte dann auch immer darum, dass der Raum nicht so geschmückt sein möge, dass ich von schwarz-rot-gold auftreten muss, also das ist mir schon nach wie vor immer noch, da reagiere ich immer noch idiosynkratisch drauf. Ja, ach na ja, ich glaube, ja, also ich weiß, was du meinst, ähm, ja, also ich finde, also, ja, ich habe glaube ich auch noch so eine, so eine oldschool Abneigung irgendwie, äh, gegenüber, also ich gehe, weiß ich nicht, also so, wobei Fußball-WM, dieser ganze Party-Patriotismus hat sich ja eh erledigt, das ist ja eh seit 2018 eigentlich auch eh obsolet, das gab es mal zehn Jahre und dann ist das eigentlich mittlerweile auch irgendwie seit dem desaströsen Abschneiden der deutschen 2018, als sich das eh erledigt und ich habe dieses Jahr die EM einfach überhaupt nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt, das ging völlig an mir vorbei, ähm, ähm, ja, aber natürlich fand man das damals irgendwie unangenehm und, ähm, ja, ich weiß, was du meinst, so, also, wobei ich jetzt, glaube ich, auf einer pro-israelischen Kundgebung, die sowieso ja meistens sehr spärlich besucht sind und die es eh kaum gibt, würde mich auch eine Deutschlandfahne jetzt nicht so stören, also ich würde davon nicht, also ich würde die Kundgebung nicht deshalb verlassen, also dafür ist mir der Anlass einfach viel zu wichtig und, ähm, ich habe jetzt das gerade wieder mitbekommen, äh, jetzt gab es ja in Hamburg eine, wirklich eine Mini-Kundgebung mit 50, 60 Leuten, ich war nicht da, es war jetzt letzten Samstag, ähm, da war ich schon in Leipzig und, ähm, also eine Solidaritäts-Mahnwache, die gibt es da eh regelmäßig, diese Mahnwachen für Israel, das kommt eher aus christlichen Kreisen, ähm, und jetzt gab es halt mal ein bisschen größere Resonanz nach diesem, ja, ähm, nach diesem, nachdem dieser 60-jährige Jude, äh, ins Krankenhaus geprügelt wurde von einem arabischen Antisemiten, da waren dann 60 Leute da, das ist ja nix und dann, äh, war auch als einzige politische Vertrieb, also politisch bekannte Kraft, neben ein paar Linken und, ähm, ein paar Exil-Iranern, ähm, waren dann, äh, die Junge Union da und ich habe mit der Junge Union jetzt politisch nichts zu tun, ähm, ich finde die jetzt, weiß ich nicht, ich würde die CDU nicht so, ich finde die Junge Union jetzt aber auch nicht, ist jetzt für mich nicht mein Feind, also, ähm, und ich würde vor allem deshalb nicht eine Grundgebung pro Israel, die sich mit einem ins Krankenhaus geprügelten Juden halt sozialisiert, würde ich ganz bestimmt deshalb nicht verlassen, so, ich wüsste nicht mal, so, ich wüsste nicht mal, also selbst wenn die JU da jetzt eine Deutschlandfahne mitgenommen hätte, ja, dann wäre es mir auch egal, also, ich selber trage sie halt nicht, so, ähm, ich weiß auch, dass Deutschland, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, für die die schwarz-rot-gold steht, ist kein verlässlicher Bündnispartner Israels, ähm, zumindest nicht unter der aktuellen, also zumindest nicht so wie dieses Kabinett momentan aufgestellt ist und es wird nicht besser werden in nächster Zeit, da bin ich fest von überzeugt, nach dem Wahlsieg von Olaf Scholz, ähm, also würde ich halt natürlich niemals eine schwarz-rot-goldne-Fahne tragen, ähm, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn die JU da jetzt eine mitgebracht hätte, aber es gab dann natürlich wieder auf, in Social Media gab es natürlich Diskussionen von irgendwelchen verklatschten Linken, ähm, die gesagt haben, ja, ich bin ja auch pro-israelisch, aber, äh, ich machte mich doch nicht mit irgendwelchen rechten anti-arabischen Rassisten gemein und wo, also wo ist die JU denn jetzt eine rechte anti-arabisch-rassistische Bewegung? Ja gut, das ist natürlich Quatsch, ich meine das jetzt auch gar nicht, geht jetzt auch nicht um einzelne Fahnen-Symboliken oder sowas und vielleicht zwei, zwei Dinge dazu, so zum einen, ähm, ist mir schon aber daran gelegen, also die, die ganze pro-Israel-Arbeit, die ich ja, die ich ja auch mache, das merkt man manchmal bei der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und mit einem etwas älteren Publikum und auch mit, bei der deutsch- israelischen Gesellschaft, da sind dann schon immer wieder auch relativ viele Leute dabei, die ganz, die ganz furchtbar darunter leiden, dass ihr geliebtes Deutschland eben nicht so ein verlässlicher Wirtnispartner ist, also die schon so aus, denen das ganz wichtig wäre, dass das jetzt auch gerade Deutschland ist, weil sie es ja irgendwie so, so großartig finden und dann muss man dann schon mal, vielleicht mal klar machen, was deutsche Ideologie bedeutet, ähm, und möchte mich dann auch schon davon abgrenzen, sagen, ich mache das hier nicht, nicht irgendwie für Deutschland oder sowas oder um diesem Land zu einem besseren Ruf zu verhelfen, den es nicht verdient, also das wäre dann schon eher so meine Abgrenzung, das ist so das eine, das andere, also nach zweiter Intifade und dann auch vor allem nach 9-11, also ich sage es mal so, ich bin, ähm, insgesamt, ich glaube sechs oder sieben Jahre im Bonner Studierendenparlament gewesen und das waren Jahre, da habe ich jetzt mit den Leuten vom, vom, vom RCDS, äh, und auch der liberalen Hochschulgruppe jetzt eher, eher nicht so viel geredet, ne, und auch nicht so, nicht so wirklich gerne geredet, offen gestanden und uns beruhte absoluter Gegenseitigkeit. Ähm, mit wem, also nein, gerade 9-11 hat dann schon doch mal gemacht, dass man sich hinsichtlich der Leute, bei denen man so eine gewisse Restvernunft sieht, dann doch mal neu orientiert hat. Also zum einen, du hast ja auch schon gesprochen, Bruch mit der Linken, das hat mich viele Freundschaften gekostet und hat mir auch herbe Enttäuschungen eingebracht, also zu sehen, dass Leute, äh, feiern, wenn da die Twin Towers in New York angegriffen werden und das für eine antiimperialistische Tat halten, wir haben es ja schon besprochen, müssen wir nicht nochmal tun, das war schon, das war der blanke Horror und da gab es dann auch eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich dann keine Lust mehr hatte zu reden, wo dann auch, wo wir dann auch die Straßenseite gewechselt haben. Und auf der anderen Seite habe ich Freundschaften, also geschlossen mit Leuten, mit denen ich früher wahrscheinlich nicht mehr unbedingt geredet hätte, so. Da waren dann schon auch welche dabei, die aus diesen, ähm, also diesen pro-israelischen Kreisen, das ist mir dann auch einfach irgendwann wichtiger gewesen, was ist die Position, sind das Transatlantiker, was haben sie für eine Position zu Israel, was haben sie für eine Position zu den USA, ich habe immer klargemacht, ich komme aus der Linken und das ist mein Standpunkt, warum ich da hingekommen bin, war schon immer auch klar, da gibt es eine klare Abgrenzung, aber Leute, die mir sagen, sie sind pro-israelisch, ähm, sie stehen ein für die, für die absolute Verteidigung dieses Landes und auch für seinen, für seinen Schutz, ähm, CDU, USA als wichtigen Bündnispartner an und so weiter und so fort, das sind dann halt, also wenn ich, wenn ich merke, wenn ich Michel Friedmann zuhöre im CDUler und nicke dauert bei den Sachen, die der sagt und gleichzeitig schüttle ich den Kopf, wenn ich einen aus der Linkspartei höre, dann ist mir schon klar, okay, also so strikt kann man irgendwie sich seine Bündnispartner nicht mehr voneinander abgrenzen lassen und sage, mit dem rede ich nicht, äh, weil er in der CDU ist und mit dem rede ich aber auf jeden Fall, weil er der Linkspartei ist, obwohl er nur Bullshit erzählt, so, das hat sich natürlich schon, schon massiv verändert, aber diese, diese Grundhaltung, so, ich mache hier irgendwie nichts für Deutschland, ähm, sondern in kritischer Absicht und gerade antisemitismuskritische Absicht und natürlich auch, sagen wir mal, um es etwas verkürzt zu formulieren, ich fand ja schon, dann eben spätestens seit Mitte, Ende der 90er Jahre, dass es die vornehme Aufgabe und Pflicht eines und einer jeden Linken auch sein sollte, sich für, nicht nur gegen Antisemitismus jedweder Couleur einzusetzen, sondern ganz selbstverständlich auch für den einzigen jüdischen Staat, für Israel, so, das sollte eine linke Aufgabe sein, dass das nicht so ist, hat benennbare Gründe und die sind schlecht, aber eigentlich immer bei den Veranstaltungen auch gesagt, ich komme aus einer völlig anderen Ecke und gerade nicht trotzdem, sondern eigentlich gerade deswegen, würde ich es als Verpflichtung sehen, gerade wenn man irgendwie von den Lehren aus der Shoah spricht und deutscher Geschichte, sollte das eben so sein und dass eben Leute, um dann nochmal auf unseren Anfang zurückzukommen, dass Leute sozusagen gerade die sogenannte Israel-Kritik als Ergebnis der deutschen Vergangenheitsbewältigung sehen, das zeichnet ja auch so die ganzen moralische Verwerflichkeit dieser Diskussion eben aus, dass sie sich eben hinschalten und sagen, gerade weil wir die Vergangenheit so gründlich aufgearbeitet haben, gehen wir jetzt daran, mir die Finger mal auf die zu zeigen, die es auch mal tun sollten, die alten Feinde des deutschen Volkes, nicht wahr, und das sind natürlich in erster Linie die Juden, so, und das finde ich schon nach wie vor sehr nötig, das deutlich zu machen und ist mir natürlich an der Stelle immer auch ein Antrieb und gerade deswegen reagiere ich auch so allergisch und aggressiv darauf, wenn so ein Engagement und so ein Einsatz dann eben als irgendwie rechts geframed wird. Das bin ich nicht, das werde ich nie sein und dagegen verwahre ich mich wirklich auch in aller Form. Ja, ich glaube, dass das als rechts geframed wird, hat eher was damit zu tun, also weil diese Verteidigung Israels ist ja deutsche Staatsräson oder die Israel-Solidarität ist laut Angela Merkel deutsche Staatsräson und was deutsche Staatsräson ist, ist halt herrschende Klasse, also rechts, ich glaube, so einfach lässt sich das, genau. Und Israel, David gegen Goliath, man kennt es ja, die Palästinenser als Opfer der Opfer, naja, keine Ahnung, das hat ja Wolfgang Port alles schon in den 80ern beschrieben, Entlastung für Auschwitz, glaube ich, war einer seiner ersten Texte, die ich gelesen habe, brillant bis heute und das ist ja eigentlich schon 1982 alles dazu gesagt worden oder 84, wenn man das geschrieben hat, ist schon eigentlich alles gesagt worden. Genau, ich würde tatsächlich aber noch ein Letztes, genau den Kern, also das, was Port und was Geisel und so seinen wirklich besten Zeiten Bruder gesagt, getan, geschrieben haben, Gremlitzer, ich finde, das gilt es zu bewahren. Viele Wahrheiten haben einen Zeitkern, aber es ist auch nicht zufällig und ich finde es gut, dass Klaus Bittermann, der Verleger von Ezio Tiamat, dann irgendwann drangegangen ist, die Schriften von Eike Geisel neu aufzulegen. Wir haben 2017, Wolfgang Port natürlich auch, genau, die blauen Bände, also Port und Geisel für die Ewigkeit sozusagen zu konservieren und immer deutlich zu machen, das lohnt sich heute noch. Kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen, sich damit zu beschäftigen, das ist wirklich ein Labsal, diese Leute, diese Texte immer noch zu lesen, man kann sich ja überlegen, welchen Wahrheitskern das für heute noch hat und wo es vielleicht angepasst oder weiterentwickelt werden müsste. Dann habe ich ohne Grund auch 2017 den Film über Eike Geisel gemacht, das filmische Porträt über Eike Geisel gemacht mit Nico Linnemann und das halte ich für, also das ist mir wirklich, das ist für meine Politisierung hinsichtlich, also mit Blick darauf, wer ich heute bin und was für Positionen ich vertrete, waren das eigentlich immer wirklich Säulen. Port, Geisel, der alte Bruder, Gremlitzer, das sind für mich Leute gewesen, das sind mir wirklich feste Grundsätze, die lese ich heute noch immer wieder und immer wieder auch gerne. junge Leute mit Grundsätzen, die es zu bewahren gilt und an die man sich auch immer wieder erinnern sollte. Genau, also Port habe ich auch relativ früh auch entdeckt, auch 2008 oder so habe ich mir erst das Buch von Port mal geholt, ich weiß gar nicht mehr welches, das war 80er, 90er Jahre Buch oder so, bei Edition Tiamat. Genau, also ich gebe dir auch komplett recht, ich finde das sind auch teilweise wirklich absolut zeitlose Texte, gerade weil Port so mit seiner Analyse, der ist ja also mit seiner soziologischen Analyse des deutschen Massenbewusstseins, das ist wie sich das aber auch transformiert und ich weiß noch, dass er 2003 dann irgendwie gesagt hat, Antisemitismus, Rassismus sind eigentlich heutzutage keine Probleme mehr, sie werden halt benutzt, um irgendwie Sozialkarschlag Kahlschlag zu rechtfertigen oder zu verschleiern oder so, wo sich dann alle darüber aufgeregt haben, vor allem die, die ihn denn als antideutschen Seelen oder Götzenheiligen dann betrachtet haben, die dann gesagt haben, wie kann Port denn, was, der redet ja gar nicht uns nach dem Mund, was geht denn jetzt ab und auch da hat er ja komplett recht behalten, das war ja auch schon wieder total prophetisch, was er damals geschrieben hat, was ja aber damals noch keinem klar war, also brillant und bei Geisel sehe ich es genauso und vor allem Geisel ist mit seinem Schwerpunkt, also dieser Polemik gegen die deutschen Wiedergutmachungs- und Aufarbeitungskitsch bis heute brillant. Das Einzige, wo ich Geisel widersprechen würde, ist seine Polemik gegen Schindlers Liste. Ich habe nämlich auch noch mal vor zwei Jahren oder so dieses alten Saira-Sammelband über den Schindlers-Liste-Film gelesen und da ist ja auch ein Aussatz von Ai Geisel drin, der heißt glaube ich E.T. bei den Deutschen oder der Nationalsozialismus mit menschlichen Antlitz, geiler Titel, würde ich aber widersprechen, weil ich halte Schindlers Liste mittlerweile für eines der besten Filme zum Holocaust, da lag Geisel mal ein bisschen daneben vielleicht oder man wollte sich 1994, wenn der Film rauskam, vielleicht auch so abgrenzen, weil den ja Millionen geguckt haben, kann natürlich sein. Ja, so, hat definitiv in der Zeit, weiß ich auch noch, die Auseinandersetzung damals, wie die Texte auch sehr wichtig waren, das ist dann vielleicht eine Wahl, die nochmal einen anderen Zeitkern hatte, ist aber tatsächlich so gewesen. Da ging es schon auch um diese Wiedergutwerdung und die guten Nazis sozusagen zu entdecken, das muss man wirklich im Kontext sehen und so hat er den Film auch bewertet, in Abgrenzung zu vielen anderen. Das sind dann auch Leute gewesen, die dahin gegangen sind, wo es weh getan haben, die eben anderen nicht nach dem Mund geredet haben, wo es nicht darum ging, irgendeine Form von Massenkompatibilität zu erreichen und die Kritik der deutschen Zustände, wie diese Leute sie geäußert haben, die finde ich bis heute nach wie vor wichtig und würdigenswert und das wäre dann sozusagen, wenn ich mich da so als, also die hätten ja von sich nicht gesagt, dass sie Antideutsche wären, aber das ist für mich noch so wirklich Oldschool-Antideutschtum at its best sozusagen und auch was, womit ich mich nachher wirklich immer noch nach wie vor sehr gerne beschäftige. Genau, wir haben Broder, Port, Geisel und Grimlitzer genannt. Grimlitzer war ich nie so Fan von, habe ich auch nie so mitverfolgt, ich war aber auch nie der Konkretleser, ehrlich gesagt. Außerdem ist mir Grimlitzer auch im Alter auch deutlich unsympathischer geworden zu seinem komischen Pipi-Kacka-Fekal-Humor und seiner Russland-Begeisterung und so. War ein bisschen schräg, aber ich kenne natürlich auch Texte von Grimlitzer, die ich auch geil finde. Also seine frühen 90er-Jahre-Polemiken gegen die Friedensdemonstranten und so und klar, also da hat Grimlitzer auch gute Sachen geschrieben. Aber habe ich im großen und ganzen nie verfolgt. Kennst du Christian Schulz-Gerstein? Der auch mit Eike Geisel viel zu tun hatte. In den 80er-Jahre ist der HVH, könnte man so neben Broder, Port und Geisel so eigentlich das Squad sozusagen, wir nennen so das Squad. Ja, stimmt. Bei mir hat trotzdem immer zu sehr unter dem Radar geflogen, ja. Genau, ist auch total unbekannt. Ich bin auch nur zufällig auf den gestoßen, weil, glaube ich, Geisel oder ich glaube, er wollte mit Geisel oder mit Broder, ich glaube, mit beiden sogar eine Anthologie zu linken Antisemitismus schon 1984 veröffentlicht und ist aber wie gescheitert. Und dann hat, der ist auch relativ früh gestorben, der ist 87, hat er sich, glaube ich, das Leben genommen, Schulz-Gerstein. Und dann hat Klaus Bittermann auch so ein Sammelband veröffentlicht, 87, rasende Mitläufe mit den gesammelten Texten von Schulz-Gerstein. Und da sind wirklich gute Sachen, also er hat wirklich geile Sachen geschrieben. Ist aber, habe ich, jahrzehntelang hast du das Buch nur noch für horrende Preise irgendwie gekriegt, antiquarisch. Und mittlerweile, glaube ich, liegt es jetzt, wird es, glaube ich, diesen Herbst oder Winter wieder neu aufgelegt bei Tiamat. Also Schulz-Gerstein kann ich auch nur sehr empfehlen. Das, was ich von ihm kenne, finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt ist mein Sohn schon, mein Sohn ist die ganze Zeit ein bisschen am Quengeln und Quaken. Soll ich jetzt wieder hingehen? Jetzt ist es wieder Ruhe. Wir sind auch schon relativ lange, wir sind schon echt lange dabei. Wir sind, glaube ich, seit über zwei Stunden dabei. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Bruch machen, nämlich nur die kurze Frage, ich war noch nie in deinem Leben in Köln. Du bist kein gebürtiger Kölner, kommst irgendwie aus Bonn oder zumindest Umland. Wie lebt es sich in Köln eigentlich so? Das ist auch wirklich jetzt ein Bruch. Das ist ein Bruch. Wir müssen mal was Nettes nur sagen. Nicht jetzt mal weg von dem ganzen Politkram, jetzt mal weg. Jetzt mal hin zur Lebenspolitik. Ja, ich lebe durchaus gerne in Köln und damit ist jetzt nicht gesagt, dass nicht auch genug in dieser Stadt genügend Dinge passieren, die mir nicht schmecken, aber mein Lebensmittelpunkt ist tatsächlich, also nachdem ich dann immer wieder nach Bonn gezogen war, hat sich jetzt nach Köln verlagert. Auch fußballtechnisch, jetzt nicht als weiter Bayern-Fan, aber das ist ja auch standartunabhängig sozusagen. Ja. Aber ich mag eigentlich so die generelle Atmosphäre in dieser Stadt eigentlich ganz gerne. Man ist auch von Köln aus relativ schnell woanders, also wenn ich irgendwelche Vortragsreisen habe, brauche ich nie besonders lange. Das ist aber dann wirklich nur so ein Standortvorteil, aber ich lebe hier, wie gesagt, nicht ungerne. Mag das auch sehr, also es ist tatsächlich nicht nur Klischee, dass man so mit dem gemeinen Kölner jetzt tatsächlich ganz gut auch so ins Gespräch kommen kann. Das ist manchmal wirklich ganz nett. Das muss nicht irgendeinen Tiefgang haben, wenn du dich in irgendeine Kneipe setzt. Die Leute sind teilweise recht gesprächig oder auch in der Bahn. Man kommt da schnell so in so einen kleinen Smalltalk irgendwie rein, kann einen netten Abend haben, verpflichtet sich aber zu nichts weiter. Und das finde ich eigentlich ganz, das Klischee stimmt so einen gewissen Teil, trifft das schon auf Köln auch zu. Also ich lebe hier tatsächlich nicht ungerne, muss ich sagen. Okay, mein Sohn dreht richtig am Rad gerade. Ich muss da mal hingehen. Also so ein bisschen blödes Ende jetzt für ein Podcast, aber ich habe auf jeden Fall, steht Köln-Besuch bei mir nochmal auf der Agenda. Ich bitte darum, ich bitte darum. Und dann geben wir auf jeden Fall was trinken, aber Kölsch nicht. Ich mag kein Kölsch. Aber wir trinken, finden was anderes Nettes. Trinken Dibels oder so. Das ist so Düsseldorf-Bier. Trinken auch nicht so richtig häufig Kölsch, wir finden was anderes auf jeden Fall. Wir finden was anderes. Auf jeden Fall steht ein Köln-Besuch dieses Jahr glaube ich nicht mehr, aber ich werde es auf jeden Fall gucken, dass ich es Anfang dieses Jahres mal schaffe. Steht ein Köln-Besuch mal auf der Agenda. Super. Okay, mein Sohn ist wach und hat Albträume, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist am Quaken, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal wieder hingehen und es wird nach Papa verlangt. Lieber Alex, das hat mich sehr gefreut, dass das recht spontan jetzt geklappt hat. Ich hoffe, man hört das Geschrei aus dem Kinderzimmer. Er fand das nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, das Mikro kann das ganz gut rausfüllen an die Nebenkorsche. Sonst würde ich hier für den Rabenvater ein gutes Bild. Also Alex, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Montagabend. Genau. Ich sage dir Bescheid, wenn es online ist. Ich hoffe Mittwoch. Sehr schön. So machen wir das. Danke für deine Zeit und wir sehen uns und hören uns am 8. November online. Genau. So machen wir das. So machen wir das, genau. Schönen Abend. Danke dir. Bis bald. Tschüss.